Ich wünsche mir, dass sich unsere Schule so verändert, dass die Kinder irgendwann morgens aufstehen und sagen, ich gehe da gerne. Eigentlich ist es ein Skandal, dass sie da nicht gerne hingehen. Aber wir sind da alle so dran gewöhnt, dass wir das irgendwie so für gegeben hinnehmen. Jeder findet Schule doof, jeder findet Hausaufgaben doof, jeder freut sich über Hitze frei. Das ist aber Quatsch. Die Kinder verbringen einen Großteil ihrer Kindheit dort. Und es ist ein Skandal, dass sie da nicht gerne hingehen. In der fünften, sechsten Klasse war ich so ein bisschen überfordert. Ach krass, jetzt bin ich hier im Gymnasium, jetzt sind plötzlich irgendwie viel mehr Fächer und ach Gott, da gibt es auch sowas wie Vokabeltests. Irgendwie habe ich so diesen Switch nicht so ganz hinbekommen. Und dann habe ich, glaube ich, irgendwie mal drei oder vier geschrieben. Und dann ist meine Mutter so wütend geworden. Und dann hat sie mich vom Bus abgeholt und ist mit mir zur Gesamtschule vom Ort gefahren und hat gesagt, so, hier melde ich dich jetzt an. Die hat mal ein bisschen mit Angst gearbeitet. Wir haben ja in Deutschland 2,5 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 35, die keinen Berufsabschluss haben. 2,5 Millionen. Wir haben aber einen Fachkräftemangel von 430.000. Ich denke, wir könnten doch mal die zwei Zahlen vielleicht zusammenbringen. Da wäre, glaube ich, noch Luft nach oben. Dann hätten wir auch gar nicht so ein großes Problem mit dem demografischen Wandel. Willkommen im Hotel Matze, dem Interview-Podcast von Mitvergnügen. Ich bin Matze Hieschow und ich treffe mich hier mit Menschen, die mich interessieren und versuche herauszufinden, wie die so ticken. Mein heutiger Gast ist Caroline von St. Orange. Caroline ist Bildungsinfluencerin und Lerncoach. So bezeichnet sie sich selbst. Ich würde eher sagen, sie ist eine moderne Lehrerin, denn sie bringt auf ihrem Instagram-Kanal Learn Learning with Caroline Menschen bei, wie man besser lernt. Und das tut sie auch in ihrem Buch. Alles ist schwer, bevor es leicht ist. Wir sprechen natürlich übers Lernen. Es geht um die Beziehung Lehrer, Schüler, Eltern. Es geht um unser Bildungssystem. Es geht natürlich aber auch um Carolins Biografie. Ich habe versucht, das Gespräch in zwei Teile zu teilen. Zum einen einen sehr, sehr praktischen Teil. Da habe ich auch ein paar Sachen richtig gelernt. Also Sachen, die wir direkt zu Hause, wenn wir Kinder haben, anwenden können. Es geht um richtiges Loben. Es geht um die richtige Lernstrategie und wie man die findet. Und es geht um das Growth Mindset. Und dann gibt es aber auch einen aktivistischen Teil. Denn Caroline hat ganz, ganz konkrete Ideen, wie sich unser Bildungssystem ändern müsste, damit unsere Kinder lieber in die Schule gehen. Ich musste sehr oft in diesem Gespräch zustimmend nicken. Und ich glaube, es wird euch genauso gehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Vergnügen. Im Hotel Matze mit Caroline von Saint-Ange. Ich ende meistens oder häufig mit einer Frage und mit der möchte ich heute anfangen. Was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst? Heieiei, da geht es ja direkt los. Herzlich willkommen. Also, ich empfehle ja immer allen Erwachsenen nonstop was zu lernen, was sie gerade nicht gut können, damit sie eben diesen Kontakt zu ihrem Kind behalten und eben merken, wie das eigentlich ist, wenn ich was mache, was ich nicht kann. Und ich nenne das mal dieses Gefühl, wenn der Kopf nicht will und man versucht, das zu schaffen und irgendwie klappt das nicht und es ist so schwer und man denkt, ich schaffe das nie. Und dieses Gefühl empfehle ich eben immer allen Erwachsenen. Und jetzt aber zu mir. Ich lerne vor allem gerade so wirklich besser zu schneiden. Was heißt schneiden? Ja, so Instagram-Videos, ja, die Herausforderungen wachsen ja an die Influencers, muss alles professioneller und schöner und besser geschnitten werden. Genau, und da habe ich auf jeden Fall noch ein gutes Lernfeld offen. Und lernst du wirklich gern? Also ist das etwas, also das hört sich schon so fast schon so an, ich muss das machen und gar nicht. Also die meisten Sachen, die ich lerne, lerne ich ja einfach aus einer totalen Lust heraus. Und denke, oh, da würde ich jetzt so gerne mal ein bisschen mehr wissen, schön, interessant, tut dann auch mal weh, klar? Ja, also ich lerne super viel aus einer Lust heraus und lese sehr gerne. Aber gerade in der Schule geht es ja darum, dass man sehr viele Dinge lernen muss, auf die man jetzt nicht unbedingt super Lust hat. Man ist ja nicht morgens aufgestanden und gesagt hat, oh, da freue ich mich jetzt sehr darüber, diese Chemiesachen zu lernen. Und deswegen empfehle ich tatsächlich auch wirklich was zu lernen, was man ja vielleicht für sinnvoll erachtet, aber jetzt nicht unbedingt die allergrößte Lust drauf hat. Und so ist das jetzt zum Beispiel für mich mit diesem Schneiden. Das ist super sinnvoll für meine Arbeit und wichtig. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich da ein Naturtalent besitze. Und ich bin aber trotzdem der Meinung, dass ich das lernen kann. Und das ist eigentlich auch das Wichtigste, was ich den Kindern so mitgebe. Dieses, du kannst es lernen. Es muss nicht direkt leicht sein. Es muss nicht mal Spaß machen. Entscheidend ist, dass du dir über eine längere Zeit Mühe gibst. Und dann wirst du es lernen, versprochen. Und warum fällt es aber den Kindern so schwer? Daran auch zu glauben und nicht, also und auch, da spielt ja Geduld zum Beispiel auch eine große Rolle. Nicht die Geduld haben und eigentlich natürlich auch, wenn ich mir vorstelle, ich selber auch noch mich in die Schule imaginierend, das ist ja alles, was da draußen ist, das ist ja immer viel geiler als das, was jetzt dieses Heft, was da vor mir liegt. Also es sind verschiedene Gründe. Ich glaube, dass viele Lehrkräfte, viele Eltern haben eine andere Haltung zum Lernen und Können. Die haben einfach die Haltung, entweder man kann was oder man kann was nicht. Und ja, halt dich einfach an die Sachen, die du gut kannst. Und dann gibt es eben Dinge, die kannst du nicht. Mathe kann ich ja nicht. Englisch können die in unserer Familie nicht so gut. Solche Sätze. Dann gibt es auch sehr, sehr viele Lehrkräfte, die sagen, ja, das ist ein Dreierschüler. Solche Aussagen sind ja ganz normal. Und das kriegen Kinder super schnell mit. Deswegen vermitteln wir denen natürlich dann auch diese Haltung. Und dann kommt das bei denen auch so an. Okay, ich muss mich eigentlich an die Dinge halten, die mir sofort gelingen. Das ist ja auch das, was in der Schule honoriert wird. Weil man hat ja irgendwie sechs Wochen Zeit, um einen bestimmten Lernstoff zu lernen. Und dann kommt die Arbeit. Und wenn man das dann perfekt kann, dann kriegt man eine Eins. Und wenn man jetzt aber da mal dran zu knabbern hat und eben vielleicht das nicht in sechs Wochen schafft, hätte man neun Wochen Zeit, würde man es sehr wohl schaffen. Ja, aber nach sechs Wochen kommt eben schon die Arbeit. Und dann schreibt man eben nur eine Drei oder eine Vier. Und denkt dann demnach, ach, in der Sache bin ich nicht gut. Und das hat einfach nichts zu sagen, ob mir etwas sofort leicht fällt. Also es gibt so einen schönen Satz, so learned first isn't learned best. Das haben eigentlich auch alle verstanden, wenn es so um Kleinkinder geht. Also man kann ja nicht sagen, nur weil jemand mit zehn Monaten schon laufen kann, wird er dann später Marathonläufer. Und der, der erst in 14 Monaten läuft, wird das nicht. Das stimmt nicht. Aber in der Schule plötzlich, er wird dann irgendwie sowas umgeschaltet. Und plötzlich geht es eben darum, wer das jetzt sofort und am besten kann, der kann es. Und ja, die anderen sind dann eben eher diese Dreierschüler, Viererschüler. Und wenn ich einmal ein Drei- oder Viererschüler bin, ist das dann auch relativ schnell so, dass ich dann denke, na gut, ich kann das eben nicht. Und dann fällt es mir dann auch gleich direkt schwerer. Ja, es ist einfach so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und was eben Forscherinnen herausgefunden haben, ist, dass ich das aber auch ändern kann. Ich kann auch diesem Kind ein völlig anderes Feedback über sein Lernen, über sein Können geben. Und dann verhält es sich anders, gibt sich mehr Mühe und hat dann am Ende tatsächlich auch die viel besseren Ergebnisse. Also es ist eben genau nicht so, dass es sowas gibt wie Dreier- und Viererschüler. Und das ist auch ein ganz großer Teil meiner Arbeit, dass ich eben dafür sensibilisieren will, dass wir aufpassen, wie wir mit den Kindern reden. Und das ist auch tatsächlich nicht mehr zeitgemäß und nicht mehr dem Stand der Forschung entsprechend. Es ist einfach mehr so, wie wir es halt alle selber erlebt haben und wie man so gefühlt denkt. Da kommen wir auf jeden Fall zu. Erstmal würde ich gerne verstehen wollen, wie es dazu gekommen ist, dass du das Gefühl hast, dass du diejenige sein willst, die das den Kindern erklärt und den Eltern. Fangen wir mal mit der Berufsbezeichnung an und der Vorstellung, dass wir uns in einer Hotelbar kennenlernen. Du warst in Indien mal, habe ich gelesen. Stell dir vor, wir lernen uns in Indien kennen und ich frage dich, was du machst. Was antwortest du dann? Also ich glaube, ich habe zwei Jobs. Und das eine ist, dass ich wirklich Lerncoach bin. Das heißt, ich zeige Eltern und auch Lehrkräften oder einfach Menschen, die mit Kindern arbeiten, wie sie gut mit Kindern lernen können. Oder vor allem, wie sie Kinder gut beim Lernen begleiten können. Das ist nämlich ein ganz zauberhafter Prozess, der Begleitung braucht. Und auf der anderen Seite bin ich sowas wie Bildungsinfluencerin, manche sagen auch Bildungsaktivistin. Es ist nämlich eigentlich ein großes Problem, dass es mich überhaupt braucht. Also eigentlich dürfte es mich gar nicht geben. Eigentlich müsste unsere Schule so gut sein, dass die Kinder alles, was ich so beibringe, in der Schule lernen. Tun sie aber nicht. Und deswegen braucht es mich und deswegen haben viele Eltern das Gefühl, mich zu brauchen, damit sie ihren Kindern das dann wenigstens am Nachmittag vermitteln können. Viele Lehrkräfte haben das Gefühl, mich zu brauchen, weil sie diese Sachen nicht im Studium gelernt haben. Und ganz generell ist unser Bildungssystem einfach nicht gut. Und darauf mache ich auch immer wieder viel aufmerksam und hoffe ja, dass es mich irgendwann nicht mehr braucht. Was ist der Unterschied zwischen Lernen und Bildung? Was wir meinen, was jemand können muss, ist fast wie so ein intuitives, gesellschaftliches Gefühl. Und ich finde es auch total wichtig, dass wir da immer mal wieder neu darüber diskutieren. Ich glaube, dass in unserem Lehrplan gerade Dinge sind, die vielleicht nicht mehr unbedingt da reingehören müssten und vielleicht viele Dinge fehlen, die da mittlerweile rein sollten. Genau, das ist wirklich, würde ich sagen, ein großes Potpourri an Themen, von denen man schon mal gehört haben sollte, wo man mal durchgedacht haben sollte. Und Lernen ist tatsächlich, dass ich mir Fakten, ja, Wissen, aber auch Fähigkeiten aneigne. Dass einfach in meinem Kopf neue neuronale Verbindungen entstehen und ich danach was kann, was ich vorher nicht konnte. Und ja, wenn Lernen gelingt, dann gibt es viel Bildung. Verstehe ich das richtig, dass Bildung eigentlich etwas ist, was so ein bisschen so eine gesellschaftliche Verabredung ist, was wir so können sollten und das Lernen etwas, das Individuelle ist? Ja, absolut, ja. Für mich war die Schule, würde ich sagen, alles andere als die schönste Zeit meines Lebens. Wie war es für dich? Ich hatte Glück in dem Sinne, dass ich gut in der Schule mitkam, aber ich fand Schule meistens langweilig. Also ich saß da und habe mich mit vielen anderen Dingen in meinem Kopf beschäftigt. Ich fand es oft unerträglich, da zu sitzen. Ich habe wirklich auf diesen Minutenzeiger geguckt und wirklich, der hat sich nicht bewegt, der ist einfach stehen geblieben. Ja, ich war auch oft enttäuscht. Ich saß da und dachte so, das könnte man hier alles so viel besser machen. Das hat mich richtig genervt. Und was war das konkret? Also ich meine, dieses langweilig, war das etwas, ich bin unterfordert oder langweilig, das ist irgendwie böde hier? Ja, das war irgendwie die Art, wie unterrichtet wurde und einfach dann so ein bescheuertes Arbeitsplatz zu bekommen oder dann irgendwie so, und jetzt schlagt ja alle Seite 67 auf und macht die Nummer 4. Und ja, also inspirierend fand ich das jetzt nicht. Ich hatte einige Lehrer, die waren wahnsinnig inspirierend und dann hat das mir auch ganz großen Spaß gemacht. Und dann bin ich richtig gerne zur Schule gegangen. Und da kommt dann auch meine Freude am Lernen her. Aber ich würde sagen, in der Mehrheit eben nicht. Du warst aber eine gute Schülerin. Ja. Und worauf führst du das zurück? Ich habe, glaube ich, einfach eine nette, gute Auffassungsgabe. Ich muss eigentlich nur gut zuhören und dann kann ich die Dinge meistens schnell. Ist das etwas, was du, wenn du jetzt auf dich guckst oder auf die Kinder, mit denen du arbeitest, ist das etwas, was so wie so mitgeliefert ist, wie eine Art Talent? Ich würde sagen, einfach die Art, wie in der Schule unterrichtet wird, das spricht gefühlt so die Hälfte der Kinder gut an. Die kommen da gut mit. Da gehörst du dann dazu? Da gehöre ich dann eben dazu, genau. Und es gibt ebenso intelligente Kinder, also jetzt würden wir mal von IQ reden, die aber mit dieser Art, wie dort gelernt wird, eben nicht zurechtkommen. Und die kommen dann eben nicht gut mit und die haben dann auch keine guten Noten. Ich war aber auch so ein bisschen so ein Mädchen, was einfach auch gelobt werden will und so. Also warst du eine Streberin? Nee, das kann man jetzt auch nicht sagen. Ich habe auch immer sehr viel vergessen, aber meine Mutter war sehr glücklich, wenn ich mit guten Noten nach Hause kam. Das heißt, ich habe schon geschaut, dass die gut sind, weil ich mich dann auch geliebt gefühlt habe. Du hast schon von guten Lehrern gerade erzählt. Erzähl mir mal von Herrn Kreichelt. Herr Kreichelt, das war ein ganz besonderer Lehrer in meiner Schule, wo ich war. Ich war in St. Blasien, das ist ein katholisches Internat im Schwarzwald. Große Menschen sind dahin gegangen. Ganz große Menschen, zum Beispiel Ferdinand von Schirach. Ferdinand von Schirach, genau. Ganz genau. Dort gab es eben diesen Herrn Kreichelt, der hat irgendwie so wahnsinnig viele Fächer unterrichtet. Also Deutsch und Politik und Geschichte und Philosophie und Religion. Und der war früher Benediktinermönch gewesen und niemand wusste so genau, warum er das eigentlich nicht mehr ist. War er jedenfalls nicht mehr. Und das war wirklich so ein universal gebildeter Mensch. Gleichzeitig aber auch extrem grantig, unfreundlich. Und der hat nichts gemacht, was man, glaube ich, so im Lehramtsstudium lernt, wie guter Unterricht aussieht. Also bei dem gab es kein einziges Arbeitsblatt. Ich habe bei dem in vier Jahren kein Tafelbild erlebt. Einmal ist er an die Tafel gegangen und hat einen Kreis gemalt, um so ein bisschen zu unterstreichen, was er sagte. Aber ich hing bei dem wirklich immer im Unterricht an den Lippen und habe da so wahnsinnig tolle Sachen gelernt. Und ich weiß, dass ich immer den Unterricht verlassen habe und irgendwie sah die Welt so ein bisschen anders aus. Ich hatte irgendwie was Neues verstanden. Und das finde ich so beeindruckend, weil man da eben sieht, tatsächlich ist dieses Inspirieren, ja. Wenn jemand über was spricht, was ihn wirklich begeistert, dann kann man zuhören. Und dann brauchen wir diesen ganzen anderen Kleideradatsch da drum, brauchen wir gar nicht so sehr. Genau. Und wegen dem habe ich dann tatsächlich auch an seiner Uni Philosophie studiert. Weil ich gesagt habe, ich will so denken können, wie der denkt, das Wissen, was der weiß. Und warum, glaubst du, ist es den anderen Lehrern nicht gelungen, dich so zu inspirieren? Also was, ich glaube ja, dass ganz viele Menschen, also auch Lehrkräfte, eigentlich erst mal das, da steckt ja auch eine Leidenschaft dahinter. Würde ich den auch gar nicht absprechen wollen. Und dennoch, ich hatte so einen Lehrer nicht. Hatte so spezielle Lehreranteilen. Aber ich würde sagen, ich hätte keinen einzigen Lehrer, ich fand manche Typen cool oder interessant, aber keinen, der, also es hat sich dann nicht gleichzeitig auf den Stoff übertragen. Also ich habe dann nicht gedacht, Biologie, nur weil Herr Bürger da vorne steht, wird super. Was fehlt da den anderen Lehrern und Lehrerinnen? Vielleicht auch aus deiner Schulerfahrung mit dem Blick von heute. Diese Authentizität ist ganz wichtig und die wird Lehrkräften oft aberzogen im Referendariat. Also dieses Typen-Sein? Ja, einfach man selber sein, genau. Und im Referendariat haben die so bescheuerte Vorgaben zu erfüllen und müssen ihren Unterricht an irgendwelchen angeblich wissenschaftlichen Maßstäben ausrichten. Und dann muss es acht Minuten Einzelarbeit sein und dann muss der Übergang so und so sein und dann muss die Gruppenarbeit kommen. Und dann muss dies, also es ist wie ein Theater, was da aufgeführt wird. Und das hat aber nichts mit, wer bin ich, wie rede ich eigentlich, ja und wie inspiriere ich für mein Fach so richtig zu tun. Und genau, und ich glaube, dass eigentlich, wir bräuchten eine ganz andere Art, mit Lehrkräften zu arbeiten, weil wir müssten die sozusagen in ihre individuelle Kraft mehr bringen. So, was macht dich aus, was sind deine Stärken und wie kannst du die im Unterricht richtig gut einsetzen und wirklich du selber sein? Und dann bist du authentisch und dann bist du überzeugend und dann nimmst du auch die Kinder mit. Ja, stattdessen wird es natürlich geguckt, dass irgendwie der Lehrplan wird eingehalten. Genau, und wir machen das alle so und jetzt hier irgendwie bei uns in der Stufe, irgendwie in der Fachschaft haben wir das jetzt so beschlossen und so machen wir das, ja. Und das ist eben in der Schule dieses Furchtbare, dass immer geht es darum, es muss eine Regel geben, wir machen das hier alle so, keiner darf das anders machen, weil wenn das dann alle machen würden. Also, Schule ist jetzt halt nicht unbedingt der Ort, wo sowas unbedingt gelebt werden kann. Und gleichzeitig muss ich auch sagen, dass Menschen, die eben so für ihre Sache brennen und tatsächlich auch richtig gerne unterrichten, die wirklich mit Herz dabei sind, denen wird es sehr schwer gemacht in unserem System. Ich kenne sehr, sehr viele Lehrkräfte, die aufgehört haben, Lehrer zu sein, die Burnout bekommen haben, die einfach traurig sind, die einfach von ihrer Schulleitung nicht unterstützt werden, die fast ausgegrenzt werden in ihren Kollegien. Genau, wir haben leider kein System in Deutschland, was genau diese Menschen groß macht und in die Schulen zieht, sondern, ja, oft werden die eher sogar rausgedrückt. Wie erklärst du dir das? Also, ich meine, das ist ja eigentlich, wenn ich jetzt davon ausgehe, dass hier im Podcaststudio jemand engagiert ist und nochmal eine extra Idee hat und so weiter, dann denke ich, das ist ja mega gut, das ist ja super. Woran liegt das, dass Lehrer so frustriert sind und Lehrerinnen? Ja, also du bist ja jetzt schon mal kein Beamter. Das hat was damit zu tun. Also Schulleitungen werden meiner Ansicht nach nicht genug ausgebildet. Die werden nicht daraufhin ausgebildet, dass sie so ein großes Unternehmen Schule leiten, ja, was ja ganz viel wirklich mit HR zu tun hat. Ja, das ist ja voll. Ja, das ist eigentlich eine ganz klassische Firma. Genau, exakt, das ist eigentlich eine Firma und die werden aber viel mehr in so diesen ganzen bürokratischen Vorgaben, was muss eingehalten werden, Rahmen der Plan hier, dort. Da drin sind die dann richtig gut, so irgendwie bloß hier niemanden ans Bein fahren, dann sehr, sehr darauf bedacht, dass die Regeln hier alle eingehalten werden. Und das, ja, da kommt jetzt nicht unbedingt die menschliche Kreativität zum Blühen. Deswegen, ich glaube, wir könnten ganz viel an Schulen verändern, wenn wir bei den Schulleitungen ansetzen würden. Also ich würde am liebsten alle Schulleitungen für drei Monate mal so richtig coachen lassen von Leuten, die eben coole Firmen leiten und denen das mal beibringen. Ah, so kann das auch gehen. Aber es ist krass. Also ich meine zum Beispiel, ich habe ja ganz viele praktische Lernmethoden, zum Beispiel mit Kreide auf dem Schulhof malen oder auf dem Boden malen. Und ich kriege immer wieder Nachrichten von Lehrern, die sagen, weiß ich nicht, ob das meine Leitung erlaubt. Das ist so traurig. Also erst mal, dass du fragen musst, ob du mit Kreide auf den Boden malen kannst und dass du dann im zweiten Schritt auch noch denkst, dass die das wahrscheinlich nicht erlauben wird bei so einer kleinen Pupsache. Und da sieht man halt, ja, wie eben Kreativität im Keim erstickt wird. Wenn du nochmal an deine eigene Schulzeit denkst, was warst du für ein Lerntyp? Also hast du nachmittags dann viel gern gelernt, viel Hausaufgaben gemacht oder ist es durch das Zufallen irgendwie so weggefallen? Ja, das ist so weggefallen. Ich habe mich da eher so durchmanövriert, auch viel mal abgeschrieben, schnell morgens. Ich hatte eine lange Busfahrt, da haben wir schnell gemacht. Eine davon, also die Schlimmsten waren das. Die mag man gar nicht. Die mag man einfach wirklich überhaupt nicht, wenn man denkt, das kann wirklich. Ach so, eine Zwei, weil du nicht gelernt hast. Cool. Ja, die mag man nicht, das verstehe ich auch. Und so einer warst du? Ja. Und du hast gesagt, du hast, naja, du hast es nicht genau gesagt, aber so rausgehört, funktioniert, damit du das Lob auch kriegen konntest von deiner Mama. Hast du es gekriegt? Ja, doch. Genau, also dann war sie sehr glücklich, wenn ich gute Noten hatte. Was war, wenn das nicht geklappt hat? Ja, dann war sie auch, die hatte immer gleich so Angst. Also ich weiß es noch, ich hatte mal in der fünften, sechsten Klasse war ich so ein bisschen überfordert. Ach krass, jetzt bin ich hier im Gymnasium, jetzt sind plötzlich irgendwie viel mehr Fächer und ach Gott, da gibt es auch sowas wie Vokabeltests. Irgendwie habe ich so diesen Switch nicht so ganz hinbekommen und dann habe ich, glaube ich, irgendwie mal drei oder vier geschrieben. Und dann ist meine Mutter so wütend geworden und dann hat sie mich vom Bus abgeholt und ist mit mir zur Gesamtschule vom Ort gefahren und hat gesagt, so, hier melde ich dich jetzt an, dann kannst du irgendwie einen Metzger heiraten oder Metzger werden oder sowas. Die hat mal ein bisschen mit Angst gearbeitet. Nichts gegen Metzger oder Gesamtschulen, aber ja, so war die Art, wie sie gearbeitet hat. Ja, gut. Oh, wow. Und warum bist du aufs Internat? Ich bin eben alleine mit meiner Mutter aufgewachsen und das war sehr, sehr schwierig. Warum? Meine Mutter ist sehr schwierig. Genau, und ich musste da weg. Ich musste da wirklich weg und ich habe mich auch selber im Internat angemeldet. Also meine Cousine war da und dann habe ich davon gehört und dann bin ich da einfach hingefahren und bin da aufgeschlagen und habe gesagt, ich möchte hier gerne zur Schule gehen. Und davon waren die ziemlich beeindruckt. Meine Mutter hat auch sehr dagegen gekämpft, dass ich da überhaupt hin darf. Also hat das versucht auch zu verhindern, einfach weil sie wollte halt nicht, dass ich weggehe, weil sie dann ganz alleine war. Und Gott sei Dank hat sich dann wirklich meine Familie zusammengeschlossen, weil sonst hätte man das ja auch nicht bezahlen können. Und ich habe dann so ein Teilstipendium bekommen und den Rest hat sich dann meine Familie geteilt. Also die haben irgendwie alle wieder 50 Euro im Monat gegeben und so dann meinen Internatsbeitrag finanziert. Und dadurch konnte ich da raus und das war wirklich das größte Geschenk und hat mir so wahnsinnig gut getan, weil ich dann einfach an so einem tollen Ort war und eben plötzlich mich auch entspannen konnte, weil ich diesen psychischen Druck und Streit zu Hause nicht mehr hatte. Und ja, das Lustige ist wirklich, so ein St. Blasien, das war damals oder ist heute noch echt streng. Also da ist wirklich um halb zehn Licht aus und um so und so viel musst du hier sein und da und hier zweieinhalb Stunden das machen. Und für mich war das die krasseste Freiheit überhaupt. Warum? Ja, weil dieser psychische Druck weg war. Ja, es war sozusagen, es gab klare Regeln, aber die wurden von unemotionalen Erziehern einfach eingefordert und da konnte ich mich total dran halten. Und wenn ich die dann mich nicht dran gehalten habe, dann gab es halt irgendeine Form von Konsequenz, aber niemand war so böse und enttäuscht. Und deswegen war es für mich ideal dort. Weil das Emotionale wegfiel, also weil du genau das Gleiche erfahren hast, im Guten wie im Schlechten wie alle anderen auch und es wurde nicht mit den erpresserischen Familienmethoden gearbeitet, die Eltern ganz gut drauf haben. Ich verstehe. Genau. Und konntet ihr euch dadurch auch wieder ein bisschen miteinander befrieden? Ja, ja, absolut. Wir brauchten einfach, wir brauchen so einen gesunden Abstand und dann, ja, also ich meine, alleinerziehende Mutter und Tochter ist eine komplexe Familiendynamik, aber nee, nee, wir haben, ist alles okay. Okay. Genau. Am Mann und wie bist du zur Lehrerin geworden? Das fing ja bei dir eigentlich mit der Nachhilfe an, soweit ich das erinnere. Ja, genau. Also ich wurde da ein bisschen reingeschubst. Ich war dann eben in besagtem Internat und die hatten schon vier Jahre Latein gehabt. Ich hatte noch kein Latein gelernt, musste demnach das alles nachlernen, hatte ja aber eben auch kein Geld für Nachhilfe. Und dann meinte der damalige Schulleiter eben netterweise, dass sie mir Latein-Nachhilfe von einem Lehrer organisieren, wenn ich einfach jüngeren Kindern in Mathe und Englisch und Deutsch Nachhilfe gebe. Und so habe ich das angefangen und bin da wirklich erstmal, hat meine erste Schülerin gehabt, hallo, ich soll dir jetzt hier Mathe erklären, hatte auch keine Ahnung, was da eigentlich ist, hat mir das wirklich dann in der Nachhilfestunde selber beigebracht. Und dann haben wir einfach so ein paar Wochen, irgendwie zweimal die Woche gearbeitet und dann hatte die plötzlich eine Eins. Und dann waren alle so, wow, die hat eine Eins geschrieben. Und dann konnte ich mich nach kurzer Zeit nicht mehr retten vor Anfragen von Fünft- und Sechstklässlern, die eben alle bei mir Nachhilfe haben wollten. So fing das an. Kannst du dich daran erinnern, an dieses Gefühl, was du hattest, als du ihr geholfen hast? Also es gibt ja so ein Urgefühl, was sich jetzt immer wieder wiederholt. Ja, absolut. Ich liebe es einfach, da zuzugucken, wie jemand was versteht. Und einfach, wenn ein Kind plötzlich, wenn das so dieses Klick macht und ehrlich gesagt, das Lernen sind ja ganz, ganz, ganz viele kleine Klicks hintereinander. Ja, das ist fast wie so Regie führen, weil man muss sehr genau dabei sein und sehen, wo hängt es jetzt gerade bei der Person. Und wenn man dann ganz genau beobachtet und dann diesen kleinen weiteren Informationsfitzel einfügt, dann macht das für die plötzlich Sinn und dann ist so, wow, krass, jetzt kann ich das. Und ja, mir macht das tatsächlich, wenn ich das bei Kindern beobachte, mindestens genauso viel Spaß, wie wenn ich selber was lerne. Wie äußert sich das? Also wie äußert sich dieses Klicken? Also woran erkennst du, jetzt hat der Magnus das verstanden? Ehrlich gesagt einfach an der Aufgabe. Also wenn man jetzt Mathe macht, dann gibt es da einfach ein bestimmtes Set an Aufgaben zu einem Thema. Und wenn die es dann plötzlich können und dann einfach eine Aufgabe gibt und plötzlich können sie es. Und am Anfang der Stunde konnten sie es nicht. Das ist einfach total cool. Also es gibt nicht so eine Art wiederkehrendes, keine Ahnung, die Puppeln gehen auf oder… Doch, doch, absolut, genau so ein Aufblick. So ein Verständnis. Und was würdest du sagen, wie viele Kinder hast du unterrichtet bis jetzt? Also ich habe ja ganz viel eins zu eins gearbeitet. Deswegen sind das wahrscheinlich jetzt nicht so viele wie bei Lehrkräften. Und wir haben natürlich immer sehr, sehr viele. Ich würde sagen, ich habe wahrscheinlich einen ganzen zwei, dreihundert Kinder eins zu eins über lange Zeit betreut. Genau. Du hast erst schon erzählt, du wolltest, oder du hast Philosophie auch studiert. Und was mich überrascht hat, das habe ich nicht so zusammengekriegt, du wolltest aber eigentlich Unternehmensberaterin werden. Und diese beiden Felder habe ich nicht zusammengekriegt. Philosophie und McKinsey, Unternehmensberatung, Verzeihung. Ja, das kam über meinen Bruder, der ist eher so angelsächsisch sozialisiert. Der meinte, das ist in England, studieren die alle irgendwie PPE und gehen dann in die Wirtschaft. Und ich hatte das dann auch mal gehört, dass McKinsey auch auf so Leute steht, die so ein bisschen out of the box denken. Und das kam ehrlich gesagt daher, ich wollte unbedingt Philosophie studieren. Ich konnte mir kein einziges Fach vorstellen, was mich interessiert. Ich fand alles wahnsinnig langweilig. Deswegen wollte ich das studieren. Und dann haben alle zu mir gesagt, oh Gott, das kannst du nicht machen, damit kann man nichts werden, du bist Taxifahrer, bla bla bla. Und dann habe ich mich so ein bisschen da rausgerettet aus diesen Diskussionen, indem ich gesagt habe, doch, doch, wenn man einen sehr guten Abschluss hat, dann kann man auch zu McKinsey gehen. Aber ich wollte nie zu McKinsey wirklich, weil eine Freundin von mir, die hat BWL studiert und die ist dann Unternehmensberaterin geworden. Und ich dachte so, Gott, was für ein schrecklicher Job, am Morgen zu früh irgendwo hinfliegen und den ganzen Tag Excel-Tabellen. Also ich würde sagen, ich bin am wenigsten equipped für diesen Job. Aber es war so ein bisschen so eine, ja, so konnte ich mir mein Studium so ein bisschen schönreden, weil ich hatte ja auch keine Ahnung, was aus mir werden wird und ob was aus mir werden wird. Und ich hatte auch Angst, dass die alle recht haben und dass man eben mit Philosophie genau nichts anfangen kann. Und was hast du dann nach Studium bis zur Gründung von deinem Instagram-Kanal und bis zu diesen Einzelstudien, was hast du dazwischen gemacht? Also ich hatte mein Studium dann erst mal aufgehört, mit 23, glaube ich. Da hatte ich einen ziemlichen Tiefpunkt und bin dann nach Indien gegangen. Ganz klassisch, Anfang 20er die Indienreise. Und ich wusste wirklich eben nicht, was ich machen soll, weil alle diese vorgefertigten Pfade, die haben mir einfach nicht entsprochen. Ich wusste so, oh Gott, ich müsste eigentlich Praktika machen, aber ich hatte gar keine Lust auf Praktika. Ja. Und irgendwie habe mich da in nichts gesehen, was alle anderen um mich rum so gemacht haben. Genau. Und das Einzige, was ich immer gemacht habe, jeden Tag, sieben, acht Stunden, war Nachhilfe geben, weil ich mir auch so mein Leben finanziert habe. Und in Indien ist mir dann ein Gespräch in den Kopf gekommen, was ich mal in der 12. Klasse mit meinem Schulleiter auf dem Gang hatte. Da hatte der mich nämlich angesprochen und meinte zu mir, also wenn Sie nichts mit Kindern machen, das wäre ein großer Verlust. Und damals in der 12. Klasse fand ich das total frech, weil ich dachte so ungefähr, der sagt zu mir, ich soll Kindergärtnerin werden und ich bin ja wohl zu größerem Berufen. So habe ich das damals gedacht. Naja, und als ich dann mit 23 so ein bisschen nicht wusste, was aus mir werden soll, dann ist mir plötzlich dieses Gespräch in den Kopf gekommen, so dieses, das wäre ein großer Verlust, wenn du nichts mit Kindern machst. Und dann habe ich einfach gesagt, ja, so. Und man kann damit genug Geld verdienen. Ich habe immer in München gewohnt, da gibt es erstens schwere Schulen und zweitens viele reiche Eltern, die ihren Kindern viel Nachhilfe bezahlen. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe gesagt, das mache ich jetzt. Und auch wenn das kein richtiger Beruf ist, mache ich das einfach. Und das ist total gut, weil ich musste mich eh erst mal mit meiner Gesundheit beschäftigen. Ich habe viele gesundheitliche Probleme und das hat mir dann auch da die Zeit gegeben. Und ich habe dann einfach Jahr für Jahr für Jahr Nachhilfe gegeben. Und du hast dich selber dann schon, Verzeihung, als Nachhilfelehrerin? Ich war einfach nur Nachhilfelehrerin, genau. Und das war so dein, auch wenn du irgendwo in München mal Tommi-Café standst und dich gefragt wurde, was machst du denn so? Genau, das war immer so ein bisschen komisch. Weil Nachhilfe ist ja irgendwie so ein Nebendrob, Studentenjob und so. Und dann immer so, da kann man von leben und so. Ja, wenn man eben das in München macht und in Vollzeit. Es gibt in München so ein paar Nachhilfelehrer, das sind so richtige Koryphäen. Dann kann man davon leben. Man wird dann natürlich nicht von reich, aber für meine Ansprüche hat das total genügt. Und klar, aber da war trotzdem immer so dieses Gefühl, soll ich das jetzt für immer weitermachen? Aber dann dachte ich so, es macht mir ja Spaß. Also jeden Tag, wenn die klingeln, bin ich froh. Und wenn die rausgehen, geht es mir danach besser. Und ich kann damit mein Leben finanzieren. Aber ich habe trotzdem von meiner Familie immer wieder so, okay, aber was soll jetzt Koryphäen nicht mal machen? Und was wird denn jetzt aus der? Da waren schon viele Fragen, genau. Und dann, wie alt war ich da? Ich glaube, so sechs Jahre später wahrscheinlich. Ich habe dann nochmal studiert, nebenher. Nochmal Linguistik an der LMU. Und dann habe ich mich entschlossen, also aus privaten Gründen wollte ich irgendwie aus München weg. Und habe mich bei Teach First beworben. Teach First, für die, die es nicht wissen, das ist ein zweijähriges Programm, wo man an einer Brennpunktschule unterrichtet. Und das kannte ich schon lange, lange, lange. Habe es aber nie gemacht, weil es das nämlich nicht in Bayern gab. Und ich wollte aber schön in meinem schönen, geliebten München bleiben. Und jetzt wollte ich aber da weg. Das heißt, ich habe mich da beworben, wurde genommen. Und war dann eben hier zwei Jahre an einer Schule in Hohenschönhausen. Brennpunktschule. Na, Brennpunktschule, richtiger Brennpunkt. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt. Das war wirklich eine krasse Zeit. Also echt schwer. Auch echt nicht schön. Aber ganz steile Lernkurve. Für dich oder für die Schülerinnen und Schüler? Für die hoffentlich auch, aber für mich. Genau. Und als ich da fertig war, habe ich dann ein Baby bekommen. Und dann bin ich mit meinem Mann, wegen dessen Beruf, nach Niederbayern gezogen. Und da saß ich dann. Und wusste so gar nichts mit mir anzufangen. Weil ich hatte irgendwie eigentlich vorgehabt, jetzt so Fulltime Housewife zu werden. Und weil meine Mutter immer gearbeitet hat. Und ich hatte immer dieses, also als Kind fand ich das so traurig, dass alle Kinder immer nach Hause dürfen und ich nie. Und ich hatte mir so fest vorgenommen, so meine Kinder werden es anders haben. Die haben meine Mutter, die immer zu Hause ist. Naja, und dann ist mir nach ein paar Monaten schon die Decke auf den Kopf gefallen. Und ich habe gemerkt, shit, das kann ich nicht so. Ich kann nicht die Füße stillhalten. Und genau, weil ich kannte dann ja da niemanden. Demnach hatte ich auch keine Schüler. Hatte aber auch ein Baby. Das lässt sich jetzt nicht so gut mit Kindern, die zum Lernen vorbeikommen, vereinen. Und ich habe immer schon gerne, ganz gerne Instagram gemacht. Und dann habe ich gedacht, ich könnte doch einfach ein Instagram-Profil überhaupt nicht über mich machen, sondern einfach nur Lerntipps teilen. Ja. Ja, weil da hatte ich jetzt nicht so Lust drauf, mein Leben zu teilen und was ich anziehe und was ich morgens esse und so. Aber wenn man nur über Inhaltliches spricht, da habe ich mir vorgestellt, das teilen zu können. Genau. Und dann habe ich mein Instagram angefangen. Und das fand dann auch ein Jahr lang gar niemand interessant. Also ein Jahr lang hatte ich keine tausend Follower. Und das war sehr, sehr mühsam. Und dann kam der zweite lange Lockdown von Corona. Und plötzlich hat mich dann so ein großes Mami-Profil geschoutoutet. Und meinte so, Leute, ihr habt doch alle eure Kinder hier im Homeschooling und wisst gar nicht, was ihr mit denen anfangen sollt. Und hier ist jemand, die teilt jeden Tag ganz viele Tipps, wie man das gut machen kann. Folgt der mal. So. Und dann hatte ich über Nacht irgendwie 14.000 Follower. Genau. Und ab dann lief's. Ich habe mehrere Fragen. Ja. Die erste. Warum bist du nicht, in Anführungsstrichen, richtige Lehrerin geworden? Also die, du warst an dieser Brennpunktschule, da hat es auch gebrannt, deswegen Brenntschule. Warum hast du nicht gesagt, okay, das macht schon Sinn, hier könnte ich doch eigentlich gebraucht werden. Oder in anderen Schulen. Warum nicht? Also ich habe ja ursprünglich kein Lehramt studiert, weil ich überhaupt keine Lehrer kannte, wo ich gesagt habe, das möchte ich auch werden. Ja, ich fand ja das System Schule nicht toll und ich wusste auch, die können gar nicht anders, die müssen ja so. Okay. Und ich hatte gar nicht Lust, in diesem System zu sein. Und dann, dort an der Schule, habe ich auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Weil du hast ja vorhin gefragt oder gesagt, boah, ist doch voll cool, wenn jemand kommt und hat neue Ideen, dann freue ich mich doch, wenn er engagiert ist. Genau, und so war ich ja in der Schule. Ich war super engagiert, ich bin da hin, habe alle angestrahlt, meinte, Leute, lasst uns doch mal das probieren und wir machen mal dies. Und also zum Beispiel habe ich gesagt, irgendwie Lehrer werden viel zu wenig gewertschätzt. Das ist totaler Einzelkämpferjob, ja. Und die Schüler sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie dann zu einem kommen und sagen, ach, danke für den tollen Unterricht. Nee, so und deswegen habe ich gesagt, wir machen so eine Wertschätzung, so eine Lobbox. Ich teile euch Zettel aus in der Dienstbesprechung, das ist so die Lehrerkonferenz. Und wenn euch irgendwas aufgefallen ist, dass jemand was Tolles gemacht hat, wenn ihr was gehört habt, dann schreibt das auf. Und ich bin dann der Postbote und dann verteile ich die Zettel. Und habe das denen auch erklärt, dass eben so ein Gefühl von Wertschätzung führt zu mehr Motivation und die führt dann zu besserer Leistung. Und die bessere Leistung ist dann wieder ein Grund für mehr Wertschätzung. So, alles erklärt und das haben die dann einmal, zweimal mit viel Mühe und Not gemacht. Und dann irgendwann gar nicht mehr gemacht. Und ich stand dann da immer in der Dienstbesprechung und habe versucht, diese Zettel zu verteilen und Leute zu animieren, das zu machen. Und die haben dann da nicht mitgemacht. Und so war es mit allem. Ich habe so viele Ideen und neue Sachen versucht, in die Schule zu bringen. Ja, ich habe gesagt, ich mache einen inhaltlichen Impuls hierzu, Growth Mindset. Ich habe ja ganz anders auch unterrichtet, eben viel, viel aktiver und schülernahher. Und dann war das eben in der Mehrheit nicht so, dass sie gesagt haben, cool, ich schaue mir das mal an. Sondern eher, nee, ich nehme Carolin die Lerngruppe weg, weil nämlich die Kinder plötzlich sagen, die Frau Satt-Ansch ist unsere Lieblingslehrerin und das kratzt an meinem Ego. Also nehme ich ihr einfach ihre Lerngruppe wieder weg. Wow. An meiner Schule gab es insgesamt, glaube ich, drei oder vier Fellows, also von Teach First, also drei, vier von meiner Sorte. Und es ist nichts davon übrig, gar nichts. Also kaum haben die die Schule verlassen, alles wieder eingeschlafen. Es ist wirklich ein sehr, sehr fester Karren, den man versucht aus dem Dreck zu ziehen, das kriegt man nicht hin. Das heißt, du bist für dich auch besser, wenn du da an der Seitenlinie stehst oder auf deinem eigenen Karren hast und sagst … Ich hätte wahnsinnig Lust, irgendwann mal an einer Schule zu arbeiten mit Gleichgesinnten. Ja. Total. Also das kann ich mir auch vorstellen, wenn meine eigenen Kinder größer sind, hätte ich total Lust drauf. Weil das macht schon richtig Spaß. Ja, und es gibt ja auch coole Schulen. Ja, Gott sei Dank bin ich heute gut vernetzt mit vielen Leuten, die so denken wie ich. Das macht wahnsinnigen Spaß. Aber in der Masse, in der Mehrheit der staatlichen Schulen ist das eben leider noch nicht so. Warum hast du am Anfang diesen Instagram-Kanal gemacht, ohne dass du Follower hast? Also die meisten Menschen haben eine Idee, sagen dann, ich mache Instagram, sitzen vielleicht in Bayern irgendwo auf dem Dorf auch und hören dann aber auch auf, weil sie merken, da geht gar nichts. Und du hast erst noch schon gesagt, Zuspruch ist dir schon auch wichtig. Also gelobt werden ist dir auch wichtig von deiner Mama. Und dann kommt aber eigentlich, da kommen halt irgendwie 14 Likes und die Hälfte davon ist von den Leuten, die du kennst. Ach, ich glaube, ich habe mich wirklich an minimalen Verbesserungen festgehalten. Also eben manchmal waren es dann 17 Likes statt 14 Likes. Und mein Mann, der hat mich immer wieder aufgebaut und hat immer gesagt, wieso? Läuft doch. Du hast doch 33 Follower mehr. Ja. Ja, ja. Ja, ich habe mich, glaube ich, an wenig kleinen Sachen festgehalten und habe immer weitergemacht. Und einfach, wenn mir jemand eine Frage gestellt hat, dann habe ich die aufgegriffen und habe das erklärt. Und es ist einfach, was ich gerne mache. Ich erkläre irre gerne. Ja. Es macht mir Spaß. Und ich bin wirklich begeistert von diesen Themen. Und gleichzeitig bin ich ganz, ganz wütend, wenn Potenzial verschwendet wird. Und ich sehe bei unseren Kindern, in unseren Schulen einfach eine enorme Potenzialverschwendung. Und wenn ich da irgendwas dagegen tun kann, dann mache ich das. Und hattest du nie so eine Art Imposter-Syndrom? Also dass du auch dachtest, naja, ich bin jetzt nur auch keine, eigentlich bin ich ja keine Lehrerin. Und jetzt erzähle ich denen hier was. Eigentlich habe ich nur hier so zwei Jahre in einer Brennpunktschule gearbeitet. Und wer bin ich denn, die jetzt sagt, ich erkläre euch mal, wie das geht mit dem Lehrer sein? Ja, talking about Imposter-Syndrom, ich bin hier beim Hotel Matze. Habe ich total, ich weiß nicht, ich finde eigentlich Menschen sympathisch, die das haben, wenn die nicht so, also keine Ahnung. Was ich weiß, ist kein spezielles Wissen. Das wissen ganz, ganz viele andere auch. Mir macht es einfach super Spaß, drüber zu reden. Und es gibt einfach viele Leute, die das gerne von mir hören. Es gibt aber auch viele Menschen, die dieses Imposter-Syndrom auch haben und die dadurch aufgehalten werden. Die irgendwie sagen, naja, was soll ich denn hier? Also ja auch genau das, was du hattest. Also ich habe das, klar, da kommt manchmal immer so eine Stimme oder es gibt ja auch manchmal echt gemeine Kommentare von Leuten. Da gab es mal so eine Geschichte vor eineinhalb Jahren oder so, da hat mir jemand echt gemein geschrieben. Ich war da bei der Eingewöhnung meines Sohnes und deswegen saß ich jeden Tag im Wald, weil der ist im Waldkindergarten, auf einem Baumstamm und habe von da meine Storys gemacht, weil ich halt den ganzen Tag da saß. Und was macht man dann halt, macht man halt Storys. So, und dann schrieb die mir eben so, ich soll hier nicht so viel rumreden, wie ich alles besser weiß, sondern geh erstmal in die Schule, steh erstmal selber morgens auf, bring dein Kind in eine normale Kita, zeig mal in der Schule, was du kannst, anstatt die ganze Zeit auf einem Baumstamm rumzusitzen. Und witzigerweise in genau der Woche hat mir Rowold einen Buchvertrag angeboten. Genau, und die meinte dann noch so, du wirst nichts verändern. So, und das heißt, ich hatte dann auf der einen Seite so diese Nachricht, auf der anderen Seite diesen Buchvertrag da liegen. Dachte so, na, werden wir mal sehen, ob ich wirklich nichts verändern werde. Hab das dann aber geteilt, weil es mich schon echt beschäftigt hat. Und dann kam einfach eine, eine Welle von Liebe auf mich zugeschwappt. Ich habe hunderte Bilder von Menschen bekommen, die sich auf einem Baumstamm fotografiert haben. Oh, auch krass. Ja, es war richtig krass. Und gesagt haben, danke Karolin, bitte, bitte bleib auf diesem Baumstamm sitzen so. Wir brauchen nicht, ja, von Lehrkräften, die gesagt haben, wir haben keine Zeit, so viel Instagram zu machen, weil wir hier eben vorne an der vordersten Front kämpfen und wir sind so dankbar, dass jemand sich die Zeit nimmt, diese Sachen eben ins Instagram-Format aufzubereiten, zu posten und laut zu werden. Und bitte, bitte mach weiter. Das ist doch, das ist doch, das funktioniert doch für einen ganz gut. Genau, genau. So, und an die Menschen muss man sich halten. Und es gibt ja immer Leute, die einen richtig blöd finden und das finde ich auch total okay. Mich muss auch überhaupt nicht jeder mögen. Und ich habe aber trotzdem gar kein Problem, laut zu sein, weil ich einfach, ich mache das für die Kinder. Ich mache, ich weiß, dass, ich mache es einfach, weil es mir wichtig ist, weil es mir Spaß macht. Und wenn jemand sagt, er macht es anders, dann sage ich auch super, gerne. Aber so ist meine Überzeugung und die ist ja über viele Jahre gewachsen. Also in der ganzen Zeit, wo ich eben die kleine unsichtbare Nachhilfelehrerin war, habe ich aber trotzdem jeden Tag acht Stunden am Stück mit Kindern gelernt und habe diesen Nernprozess immer und immer wieder durchgelaufen. Ja, ich habe ja sehr, sehr, sehr oft Mathe siebte Klasse erklärt und habe immer wieder gesehen, ach krass, an der Stelle hapert es. Guck mal, bei der Aufgabe, weil die so gestellt ist, denkt das Kind das. Und da muss ich nachhelfen. Deswegen würde ich schon sagen, habe ich einfach eine sehr gute Intuition, wie Lernen gelingt. Und dann habe ich viele Bücher gelesen. Aber klar, in Deutschland wollen wir immer so ein bisschen so Abschlüsse, Berechtigung und habe ich nicht. Und wenn man es nicht mag, dann muss man es ja auch nicht machen. Hat sich die Person dann nochmal gemeldet oder hast du ja geschrieben? Nee, ach krass, das ist auch Quatsch, das braucht man nicht machen, nee. Naja, manchmal ist das gar nicht so schlecht. Also, ich habe gemerkt, dass es dich beschäftigt. Ja, aber nicht so sehr, dass ich jetzt überhaupt wüsste, wie die heißt. Ja. Ja, keine Ahnung. Das kenne ich einige, die hier saßen, die genau wissen, wie der Kritiker oder die Kritikerin ist, die etwas geschrieben hat. Ich muss aber auch sagen, wenn mich jemand so ganz die ganze Zeit kritisiert, dann bluckiere ich die Person auch. Weil ich bin zu sensibel, um das jeden Tag auszuhalten. Und ich habe echt viele Follower. Ja. Und dann meint irgendjemand, mich zu kritisieren, weiß dann aber nicht, da kommen dann vielleicht noch ein paar andere. Ja. Und ich sage mir auch, ich bin nicht verpflichtet, mir Boshaftigkeiten anzuhören. Ich liebe natürlich inhaltliches Feedback. Ich habe wahnsinnig viel dadurch gelernt, dass mir Leute inhaltlich Feedback geben und sagen, hey, und überleg mal und so ist das. Total super, aber ganz viele kommen einem natürlich auch doof. Was heißt ganz viele? Immer mal wieder. Und dann gucke ich so ein bisschen die Nachrichten hoch und wenn ich dann sehe, der ist mir jetzt irgendwie acht, neunmal doof gekommen, dann blucke ich die Person auch. Eigentlich tue ich ja denen den Gefallen. Weil die verschwenden so viel wertvolle Lebensenergie, sich über mich zu ärgern. Und wenn die gerne die Dinge anders sehen, dann sollen sie halt auch ein Instagram machen. Oder auch laut erzählen, wie sie es halt sehen. Dein Buch heißt, alles ist schwer, bevor es leicht ist. Ist das richtig? Ja. Nicht leicht fällt, leicht ist. Kannst du Sachen, oder können wir, vielleicht auch philosophische Frage schon fast, nur Sachen wirklich wertschätzen, die uns mal schwer gefallen sind? Das glaube ich nicht. Nee. Ich glaube, wir schätzen viel wert. Und manchmal sagen Leute, es stimmt doch gar nicht, dass alles schwer ist. Manche Sachen sind auch von vornherein leicht. Ich habe mich das auch gefragt. Hier um die Ecke, du hast ja hier deine Release-Party gehabt und da ist dieser Spruch auch, also der Titel, der da mit Kreide auf dem Boden gemalt. Und das Erste, was ich dachte, jaha, mhm. Und dann dachte ich, aber stimmt das wirklich? Und ich habe noch keine abschließende Antwort gefunden. Also, eigentlich muss man ja sagen, dass so Wörter wie alle, nie, immer, nie Quatsch sind. Immer alle schwierig. Eigentlich sind immer alle Quatsch. Ja, so, in dem Sinne darf man das ruhig auch mit dem Augenzwinkern nehmen, den Titel. Dann gibt es viele Dinge, wo Leute denken, sie sind ihnen sofort leicht gefallen, aber vergessen, was für sie für eine Vorarbeit geleistet haben. Also zum Beispiel schreiben mir Eltern ganz oft, das stimmt doch gar nicht, mein Kind konnte zum Beispiel sofort Fahrrad fahren. So, dann sage ich, dein Kind konnte sofort Fahrrad fahren, weil es davor zwei Jahre Laufrad gefahren ist. So, und jetzt erinnere dich mal, wie der kleine Stöpsel mit zwei Jahren auf diesem Laufrad saß und irgendwie in Schneckengeschwindigkeit da so vorgetrampelt ist. Es war sehr wohl schwer. Ja. Ihr seid einfach an einem anderen Punkt. Ja. Dieser Satz bedeutet vor allem, wenn ich was nicht kann, dann ist es erstmal schwer. Ich gucke es an und ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Die neuronalen Verbindungen sind noch nicht entstanden dafür und dann muss ich loslegen. Und wenn ich dieses Wissen habe, alles ist schwer und irgendwann wird es leicht sein, dann fällt es mir eben leichter, loszulegen, weil ich keine Angst habe vor diesem Gefühl, mich jetzt auf was einzulassen, was ich noch nicht kann. Das hilft einfach, diesen Satz im Hinterkopf zu haben, immer wenn man was macht und man denkt, kann ich nicht, zu sagen, ach, alles ist schwer, bevor es leicht ist. Und einfach daran zu denken, wie viele Dinge man in seinem Leben heute eigentlich kann, die irgendwann mal schwer waren. Und wo man echt ganz schön gepustet hat, das ist so, boah, ganz schön schwer, was ich hier machen muss. Und deswegen ist mir so wichtig, dass die Kinder das wissen und ich lasse die immer richtig lange Listen anfertigen. Wenn die sagen, ich kann das nicht, dann sage ich, okay, es gab mal eine Zeit, da konntest du das und das nicht und jetzt kannst du das. Offensichtlich warst du in der Lage, das zu lernen und jetzt machen wir mal eine Liste von Dingen, die du gelernt hast. Und dann lasse ich die richtig da sitzen, bis die sich hundert Sachen ausgedacht haben. Und irgendwann gucken sie mich dann an und sagen, das stimmt. Wenn ich das alles gelernt habe, stehen ja die Chancen nicht schlecht, dass ich die Sache mit den Wurzeln oder Brüchen jetzt auch lernen kann. Weil das ist ja die Sache, die Kinder können es lernen. Das war auch eine große Erkenntnis, die ich in dieser Brennpunkt-Hauptschule hatte. Ich habe da auch öfter mal eins zu eins mit Kindern gearbeitet und ich würde mal sagen, 80 Prozent der Klasse hätte ich ohne Probleme durch ein Münchner Gymnasium bekommen. Es liegt nicht am Intellekt. Leider sind die sehr fern von Abitur geblieben. Viele von denen haben nicht mal den BBR, den Hauptschulabschluss hier geschafft. Viele nicht den Realschulabschluss. Das ist schrecklich. Das ist einfach schrecklich. Also was wir da an Potenzial verschwinden. Und es hat einerseits damit zu tun, dass wir sie nicht genügend gut unterrichten. Und ganz andererseits aber eben auch ganz viel mit deren eigener Haltung. Dass eben niemand felsenfest vor ihnen steht und überzeugt ist und sagt, du wirst das lernen. Ich weiß es. Mein Lieblingssatz ist immer dieser so, ich kann alles lernen. Ich brauche nur Zeit, Übung und eine gute Strategie. Und da ist eben niemand, der denen das sagt. Die haben Eltern zu Hause, die im Zweifel auch eine sehr schlechte Schulerfahrung hatten. Die geben das nicht. Dann sind da Lehrkräfte, die kommen eigentlich schon allein mit diesen ganzen sozialen Problemen, die da auf sie einströmen, nicht richtig klar. Weil die dafür auch nicht ausgebildet wurden. Und dann passiert das eben schnell, dass jemand einfach ein Viererschüler wird und denkt, ich bin ein Viererschüler. Du brauchst also diesen Zuspruch. Man braucht diesen Zuspruch. Man braucht diese Überzeugung von jemandem um einen herum. Also jemand anderes, der daran glaubt und dich ermutigt. Ja, ganz doll. Also ich meine, wir haben ja in Deutschland diesen extrem nahen Zusammenhang zwischen Elternhaus und Bildungserfolg. Also der ist sehr viel mehr als in anderen Ländern. Und ja, das liegt zum einen daran, dass unser Schulsystem darauf ausgelegt ist, dass Eltern am Nachmittag viel unterstützen. Und wir geben extrem viel Geld für Nachhilfe aus. Heißt also, Menschen mit mehr Geld, mehr Zeit können das leisten. Besserer Bildungserfolg. Aber es ist eben auch noch diese andere Komponente. Wir haben alle Abitur. Natürlich wirst du Abitur machen. Dass es nicht infrage gestellt wird. Und da haben eben Kinder aus anderen Bildungsschichten es ungleich viel schwerer. Weil die Eltern eben nicht unbedingt dieses Growth Mindset mitbringen und sagen so, ja, ich habe kein Abitur, aber du wirst das auf jeden Fall schaffen. Sondern wenn das Kind dann den kleinsten Misserfolg hat, sehen die sich bestätigt und sagen, ja, das ist klar, in unserer Familie hat man kein Abitur. So ist das. Und ich glaube, wir müssen denen vor allem einen ganz anderen Umgang mit Fehlern beibringen. Dass eben Misserfolge und Fehler als was Gutes gesehen werden und nicht die Grenze des eigenen Könnens anzeigen. Und das ist eigentlich das, was gerade immer noch viel zu viel in den Schulen passiert. Also wir haben einen unglaublichen Fokus auf Fehler. Die werden in rot angestrichen. Die stehen überall dabei. Irgendwie man macht einen Fehler, es wird dann direkt eine Eins-Minus. Und in anderen Ländern zum Beispiel ist es umgekehrt. Da kriegt man eine Note, über was alles richtig war. Also da kriegt man irgendwie 89 Prozent. Ja. Ist eine Note. Da steht immer dann, weiß ich auch noch mal, drei in rot F. Das ist das, was dann drunter steht. Also drei Fehler. Ja, ganz genau. 87 Sachen waren richtig. Genau. Und vor allem dieser Vergleich mal mit, was du vor vier Wochen konntest. Und das führt dann dazu, dass viele Kinder, die eben schlechte Noten haben, die gehen durch ihre Schulzeit und denken, sie haben gar nichts gelernt. Ja. Weil es hat völlig an denen vorbeigegangen, wie viel sie gelernt haben. Weil ja immer nur gesagt wird, wie viele Fehler und wie viele schlechte Noten und da, da, da. Naja, und es liegt glaube ich auch daran, dass man irgendwann das Gefühl hat, ja gut, wann sollte ich denn dieses Gedicht mal aufsagen? Also in welcher Lebenssituation soll ich das können müssen? Was soll das? Oder welche Sätze und so weiter. Also diese Warum-Frage, die ist ganz krass. Ich halte nicht so super viel davon, da mit Kindern so krass ins Diskutieren zu kommen, warum man jetzt ein Gedicht auswendig lernen soll oder nicht. Ich finde erstmal wichtig, dieses eben Inspirieren. Wenn da jemand vorne steht und einem ein Gefühl für dieses Gedicht gibt und warum das so ein toller Text ist. Und eben durch das eigene Glitzern in den Augen schafft, den Kindern mitzuteilen, was eigentlich das Schöne an Lyrik ist, dann kann man drauf kommen. Voll. Wenn jemand das dann immer noch doof findet, dann versuche ich das so zu erklären, dass ich sage, wenn du dieses Gedicht jetzt lernst, dann lernst du nicht nur das Gedicht, sondern dein Kopf wird auch besser im Lernen. Mit allem, was wir lernen über Zeit, werden wir auch besser in diesem Aufnehmen. Das heißt, du kannst es tatsächlich sehen wie Sit-Ups. Niemand macht Sit-Ups, weil Sit-Ups so cool sind, aber es ist halt Training für etwas anderes. Und wenn es nur der sportliche Körper ist. Oder Kindern erklärt das einfach so wie mit einer Fußballmannschaft. Die würden auch am allerliebsten den ganzen Tag nur kicken. Aber dann muss irgendwann einfach der Coach kommen und sagen, stopp, jetzt werden erstmal Runden um Platz gerannt, jetzt wird sich gedehnt, jetzt wird dies gemacht, das gemacht. Das macht euch vielleicht allen nicht so viel Spaß wie Champions League spielen, aber das ist halt Teil des Lernens, des Trainings, damit ihr irgendwann Champions League spielen könnt. Und das versuche ich dann eben den Kindern immer mitzugeben. Das ist das Training, glaub es mir, wir machen das. Und danach wirst du sehen, wie viel besser es funktioniert. Generell. Generell. Du hast schon zweimal den Growth Mindset angesprochen. Für alle, die nicht wissen, was das ist. Es gibt ja den Unterschied, das habe ich in deinem Buch gelernt, Fixed und Growth Mindset. Was ist das genau? Also die Begriffe kommen von der amerikanischen Forscherin an der Princeton University, Carol Dweck. Die hat die geprägt. Und zwar ist ihr aufgefallen, dass Kinder unterschiedlich auf Herausforderungen reagieren. Also wenn man denen Fragen gibt, die sie beantworten sollen und dann machen die es vielleicht sogar ganz gut und ihnen dann hinterher sagt, du hast das so gut gemacht, weil du so schlau bist. Und denen dann nochmal Fragen gibt, dann schneiden die nicht so gut ab. Wie, wenn man dem anderen Teil der Gruppe hat sie gesagt, du hast das so gut gemacht, weil du hast richtig hart nachgedacht. Also dieses hard thinking, du hast dir richtig Mühe gegeben, du hast nicht aufgegeben, gut überlegt. Und dann gibt man ihnen wieder ein neues Set an Fragen und dann haben die bessere Ergebnisse als die erste Gruppe. Genau, und das ist ihr aufgefallen. Und auch, dass generell Kinder eben bei Herausforderungen entweder sagen, das macht mir Spaß, ich habe da Lust drauf, das Knobeln. Und andere Kinder kriegen Angst, geben auf, denken, sie sind zu dumm für diese Aufgaben, wenn die so ein bisschen zu schwer sind. Genau, da ist es ihr einfach aufgefallen, dass es da zwei ganz unterschiedliche Herangehensweisen an Lernen gibt. Und das sind am Ende das, was ich dem Kind sage? Ja, was sie dann eben herausgefunden hat, dass man mit relativ wenig Interventionen schaffen kann, dass das Kind von einem Fixed Mindset zu einem Growth Mindset kommt. Und eigentlich nur mit so ein paar? Nur mit so ein paar Sätzen, nur mit so einer Verhaltung, Veränderung der Lehrkraft. Also, das kommt daher, dass wenn ich was gut mache und mir jemand sagt, das hast du jetzt so gut gemacht, weil du schlau bist. Das passiert in der Schule eigentlich nonstop. Also, da wird nonstop gesagt, oh, du bist ja schlau und Eltern sagen das und so. Das ist überall. Meinen die auch alles nett. Wenn ich jetzt aber etwas dann nicht gut mache und irgendwann werde ich ja scheitern im Leben. Wenn mir die Schule leicht fällt, dann werde ich halt im Studium scheitern. Und wenn mir das Studium noch leicht fällt, dann scheitere ich halt in der Promotion. Aber irgendwann ist das Scheitern vorprogrammiert. Dann denke ich, oh, dafür reicht meine Schlauheit offensichtlich nicht mehr aus. Und das Traurige ist eigentlich, dass diese Kinder nie wirklich gelernt haben. Weil das war immer viel zu leicht für die. Und wie bei mir zum Beispiel. Das war einfach zu leicht. Und deswegen hatte ich gute Noten. Aber ich musste ja nie die Hausaufgaben machen. Ich musste mir ja nie Mühe geben. Und als ich dann im Studium das erste Mal richtig gescheitert bin, weil da einfach eine Stoffmenge war, die man unmöglich mit bisschen zuhören und bisschen mitdenken meistern kann, war mein erster Gedanke auch, oh, vielleicht bin ich nicht intelligent genug für dieses Studium. Wie schön wäre es gewesen, wenn mir damals jemand von diesem Fixed- und Growth-Mindset erzählt hätte und gesagt hätte, nee, mein Schatz, du hast einfach nur ein krasses Fixed-Mindset. Du musst dich jetzt mal hinsetzen und dir Mühe geben. Natürlich, wenn man sich Mühe gibt und das einfach jeden Tag macht, dann kann man das alles lernen. Aber Kinder mit diesem Fixed-Mindset, und das sind ganz oft eben Kinder, denen die Schule leicht fällt, die da gut sind, haben das nicht und denken dann, okay, ich breche das Studium besser ab. Ich bin nicht schlau genug dafür. Übrigens ein Grund, warum ich glaube, dass im Leben ganz oft gar nicht die erfolgreich sind mit dem 1.0-Abi, sondern die mit den schlechteren Noten, die aber das total gelernt haben. Man muss sich halt mal durchbeißen, man hat halt mal Misserfolge, dann muss man wieder aufstehen, weitermachen, kriege ich schon irgendwie hin. Aber wie geht das zusammen? Auf der einen Seite brauchen die Kinder, du hast zum Beispiel der Brennpunktschule erzählt, die brauchen Zuspruch, die brauchen irgendwie genau, dass jemand glaubt an die. Und wenn die eine Drei oder eine Vier haben, dass man sagt, ja komm, weiter geht's. Und gleichzeitig ist dieses Fixed-Mindset ja eigentlich entsteht dadurch, dass man denen sagt, du bist so schlau. So habe ich es gerade verstanden. Wie kriegt man das hin, dass man einerseits ermutigt und gleichzeitig aber nicht dafür sorgt, dass jemand fixt wird und stehen bleibt? Ich versuche es zu vermeiden, mit Kindern überhaupt über Intelligenz zu sprechen, weil es auch so ist, es gibt ja verschiedene Intelligenzen, es ist alles höchst fragwürdig. Man kann ja auch für den Intelligenzquotient-Test trainieren und dann plötzlich hat man mehr IQ und so. Und es gibt eben ganz viele Intelligenzen, die von so einem IQ-Test nicht gemessen werden. Und deswegen vermeide ich es eigentlich, mit denen überhaupt darüber zu sprechen. Ich erkläre es immer so, jeder von euch hat einfach ein Fahrrad bekommen vom lieben Gott. Manche haben ein Mountainbike, manche haben ein Rennrad, manche haben ein E-Bike, manche haben ein Drahtesel, ein bisschen rostig. Das ist euer Kopf, euer Gehirn, da kann ich leider nichts dran ändern. Das ist das Fahrrad, mit dem ihr durch euer Leben geht. Und wenn ihr jetzt aber ein Rennrad habt und das in die Garage stellt und euch an eurem Rennrad erfreut und sagt, so ein tolles Rennrad und der andere, der hat vielleicht ein stinknormales Rad, nicht mit vielen Gängen und der übt aber jeden Tag. Dann wird, wenn es darauf ankommt, der Gewinnen, der jeden Tag geübt hat. Da kann sich der Rennradmensch nichts von kaufen, von seinem tollen Fahrrad, was in der Ecke steht. Und genauso ist es, ja, vielleicht hast du ein Mountainbike und das eignet sich eben super für steile Waldabfahrten. Wer dann jetzt zum Beispiel klappt gut für Sprachen, aber ist eben nicht so gut auf der Rennstrecke. Vielleicht für Mathematik. Aber wenn du mit dem richtig übst, wirst du auch ganz schön schnell auf der Rennstrecke werden. Aber wenn du einfach dir keine Mühe gibst, dann wird es natürlich nichts werden. Und deswegen sage ich, fokussiere dich gar nicht so doll auf, welches Fahrrad du bekommen hast. Du weißt ehrlich gesagt gar nicht so genau, was alles in deinem Fahrrad steckt, weil entscheidend sind deine Oberschenkelmuskeln. So, mit guten Oberschenkelmuskeln kann man aus jedem Fahrrad ganz schön viel rausholen. Und es wird auf jeden Fall reichen, um diesen Schulstoff hier zu lernen. Und wenn dich dieser Schulstoff nicht interessiert, wurscht, Haken dran, dann machst du es, damit du danach die Möglichkeit bekommst, wirklich das zu machen, worauf du Lust hast, wofür du brennst. Und deswegen ist es eigentlich auch so ganz entscheidend, dass ich mit den Kindern immer wieder ganz viel darüber rede, wofür brennst du eigentlich, was interessiert dich, was findest du cool. Und ganz unabhängig von dem, was willst du mal werden, da muss es gar keinen Job geben, weil die sagen dann eh irgendwas total Generisches, was sie halt kennen. Also das ist eigentlich eine Quatschfrage, ich brauche mir die gar nicht zu stellen, sondern viel, viel mehr darauf gehen, so was interessiert dich, warum interessiert dich das? Und eigentlich auch dafür sorgen, dass sie viel Zeit haben, sich dem zu widmen. Weil da kommt dann dieses coole Gefühl, so dieses, ach krass, ich kann das und das macht mir richtig Spaß und darin werde ich richtig gut. Und ich glaube, dadurch kann man dann auch die Kraft entwickeln, die Dinge in der Schule zu lernen, auf die man jetzt nicht so Lust hat, die nicht so wahnsinnig Spaß machen, die man aber schon lernen kann. Leider hatten wir ein kleines technisches Problem. Eine Kamera ist ausgefallen und deswegen gibt es ab jetzt nur noch eine Perspektive, aber es ist die Perspektive auf meinen Gast und das ist doch auch schön. Ich wünsche euch noch viel Freude beim Weitergucken. Man hat ja nicht immer die Zeit, das mit dem Fahrrad zu erklären. Aber was ich noch nicht verstanden habe, ist, wie schaffe ich es, jemandem zu sagen, du bist toll, es lohnt sich dran zu bleiben, aber eben nicht zu loben im Sinne von, ich schaffe ein Fixed Mindset. Weißt du, was ich meine? Also, ja, ich sage immer, das ist, überleg mal, dass du keine Adjektive lobst, sondern werben. Also Adjektive, schlau, talentiert, wenn ich das jetzt bei dir lobe, dann kannst du das ja nicht wiederholen. Also, dann kannst du nur hören, ah, okay, ich bin schlau, aber du weißt ja, das ist ja keine Tätigkeit damit verbunden. Ja. Und wenn ich auf der anderen Seite werben lobe, wenn ich sage, das ist so cool, dir zuzuschauen, wie du übst. Ich habe gesehen, du hast nicht aufgegeben. Ich habe richtig gesehen, wie viel Mühe du gegeben hast. Das finde ich richtig toll. Dann kann ich das wiederholen. Dann höre ich das als Kind und sage, ah, das ist das Gute, das kann ich nochmal machen. Darum geht es. Verstehe ich, super, sehr gut, voll geil, das kann ich total, jetzt habe ich das Wording absolut verstanden. Du hast ja schon diesen schönen Satz gesagt, du hast gesagt, es geht darum, dass man Zeit braucht, dass man üben muss und eine Strategie. Wie finde ich eine richtige Strategie? Durch extrem viel ausprobieren. Also, das ist auch eine Sache, die ich kritisiere an unserem Schulsystem, dass die Kinder wahnsinnig schlecht und wenig Lernstrategien beigebracht bekommen. Also, das erlebe ich immer wieder, wenn ich mit einem Kind anfange zu lernen und dann frage so, und wie hast du vor, dich jetzt auf die Arbeit vorzubereiten? Und dann sagen die, ich schaue mir alles nochmal an. Und das ist so ziemlich die schlechteste Lernstrategie, die es gibt. Die haben überhaupt keinen Methodenkoffer, aus dem sie sich bedienen können. Eigentlich müsste jedes Kind 30 Lernmethoden wissen, aus denen es sich bedienen kann und sagen kann, ach, heute habe ich Lust, es so zu lernen, morgen habe ich Lust, es so zu lernen. Ich habe das alles mal ausprobiert und dann habe ich das alles reflektiert, wie gut hat das für mich funktioniert. Das ist eigentlich das Entscheidende, dass ich Kindern einen Blumenstrauß an Lernmethoden gebe oder auch vielleicht einen Strauß Luftballons. Und da gibt es so dieses schöne Bild, ich gebe dir diesen Strauß Luftballons, du guckst, welcher funktioniert für dich. Was nicht für dich funktioniert, die lässt du fliegen, die lässt du einfach los und hast aber trotzdem noch dann deine paar Luftballons in der Hand, mit denen du weißt, so kann ich lernen, so kann ich das schaffen. Und ganz viele Kinder wissen überhaupt nicht, wie sie irgendwas lernen können, überhaupt nicht. Bei denen ist eben genau dieses, wenn es ihnen halt mal gerade zufällig leicht vor die Füße fällt, dann klappt es und sonst wissen sie eigentlich nicht, wie sie durch diesen Dschungel durchkommen können. So, das wären jetzt mal Lernmethoden. Und dann ist aber auch ganz entscheidend, dass ich eben Kindern dieses emotionale Wissen, dieses Bewusstsein mitgebe, wie ist so ein Lernprozess, wie kann ich den steuern, wie setze ich mir Ziele, wie schaffe ich eine schier unbezwingbare Aufgabe so aufzuteilen, dass sie bezwingbar wird. Das sind alles Dinge auf der Meta-Ebene des Lernens, die aber ganz, ganz wichtig sind. Und ich glaube eben, dass Kinder in der Schule gut sind, die das nicht so stark brauchen oder die das irgendwie intuitiv wissen oder die das vielleicht bei ihren Eltern sich gut abschauen. Und ja, Kinder, die das halt nicht haben, kommen dann eben nicht durch, weil ihnen schlicht dieses Wissen, das wie, fehlt. Und dann können sie das was natürlich auch nicht lernen. Und sollte ich jetzt als Elternteil, dadurch, dass es in der Schule nicht angeboten wird, sollte man verschiedene Lernmethoden versuchen? Oder sollte man einfach sagen, gut, das ist jetzt die, die scheint eh zu funktionieren? Oder glaubst du, dass es sinnvoll ist, so ein Werkzeugkoffer zu packen? Unbedingt. Ich würde ganz, ganz viel versuchen. Egal, ob es gut klappt. Genau. Immer mal wieder was Neues anbieten, weil es kann auch immer noch besser klappen. Das Allerwichtigste ist tatsächlich einfach nach dem Lernen kurz innezuhalten und zu gucken, okay, was lief heute gut, was lief nicht so gut, was behalten wir bei, was probieren wir morgen mal anders. Und wenn ich das mal 30 Tage am Stück mache, werde ich schon extrem viel über mich herausgefunden haben und extrem viel mehr wissen, wie ich gut lernen kann. Ein großes Thema ist ja Druck, was viele Schülerinnen und Schüler empfinden. Also das merke ich dann auch schon bei unserem Sohn relativ schnell, sobald es in die Schule ging, ist da irgendwie so eine Art Druck da. Und dann als Elternteil, man möchte diesen Druck eigentlich rausnehmen und gleichzeitig aber auch motivieren, sich anzustrengen. Wie kann das zusammengehen? Ja, also ich glaube, viele Eltern wollen den Druck so ein bisschen so lippenbekenntnismäßig rausnehmen, aber eigentlich machen sie ihn dann doch, weil die nämlich auch mit ihren Freunden beim Abendessen sitzen und dann hören und der Linus kann schon das und die Mia kann schon das und so. Das nagt sehr wohl an einem und die meisten Eltern haben ja jetzt auch nicht die Weitsicht eines Pädagogen und wissen, das wird schon alles, warte mal ab, das Kind wird sich entwickeln, sondern haben eben sofort diese Zweifel, so fünf in Mathe, scheiße, schafft keinen Schulabschluss, scheiße, oh Gott, was soll das alles werden, so. Dann haben wir eine Philosophie-Studie auch noch. Oder sowas Schreckliches, genau. So, das haben die nicht, das heißt, sie machen eben in den meisten Fällen doch Druck und selbst, wenn sie gar nicht wütend sind, wenn die schlechte Note kommt, sondern ganz nett sind und trösten, freuen sie sich dann auf der anderen Seite so doll über gute Noten, dass beim Kind ja doch ankommt, das ist, was ihr wollt, ja. So, ich glaube, da ist es erstmal wichtig, sich mit der Unsinnigkeit von Noten auseinanderzusetzen und da ganz viel als Eltern zu lernen und ich empfehle einfach immer am Inhalt zu bleiben, wirklich inhaltlich zu sprechen. Was hast du gelernt? Was konntest du vorher nicht? Erklär mir das mal, zeig mir das mal. Okay, und das hat nicht geklappt, kannst du dir vorstellen, wieso? Macht dir das Spaß? Warum? Warum nicht? Solche Fragen würde ich als Eltern viel mehr stellen. Und nicht zu sagen, du hast eine Eins, das ist ja mega geil und die Vier strengen wir uns beim nächsten Mal mehr an, sondern eigentlich nur immer wieder zu sagen, ah, du hast eine Eins, was hat dir denn gefallen an der Arbeit? Genau, oder warum ist dir das leicht gefallen? Was hat dich da motiviert? Was war das? Also nicht auf diesen Applaus gehen. Ah, nee, das würde ich nicht machen. Ich würde tatsächlich immer im Interesse bleiben. Ich habe mal eine Therapeutin gehört, die hat das so schön gesagt, sie meinte, ich habe hier ganz viele Patienten sitzen, die sind sehr, sehr abhängig von Lob, von ihren Eltern, wollen gefallen und haben hier ganz viele Themen. Aber ich hatte hier noch nie jemanden sitzen, der gesagt hat, meine Eltern haben sich zu viel für mich interessiert. Und das fand ich so einen schönen, schönen Satz, ja. Einfach interessiert sein. Was machst du? Ist ja spannend, zeig mal her. Ich kenne so einen Fall. Wirklich? Ich kenne einen Fall. Okay, jetzt fällt meine ganze Theorie in sich zusammen. Aber ich kenne wirklich, das ist trotzdem eine Theorie, aber ich kenne wirklich, das ist gerade wirklich witzig, weil ich wirklich diese eine Person kenne, wo die gesagt hat, ein bisschen weniger wäre eigentlich auch manchmal ganz schön. Aber vielleicht nicht im Aufwachsen. Ich kann mir vorstellen, wenn man erwachsen ist, absolut, ja, dann können sie auch mal ein bisschen ihre eigenen Sachen machen. Ich glaube, im Aufwachsen gibt es das eigentlich nicht. Ja, aber es ist ein total guter Punkt zu sagen, das Interesse zu haben. Ich kenne das auch mit vielen Eltern, die jetzt schon teilweise ältere Kinder haben und sich über dieses Computerspiel-Thema auslassen. Und ich sage immer so, interessier dich einfach dafür. Lass dir es zeigen. Meistens ist es cooler, als man so denkt. Ich lerne da auch ja ganz oft noch Sachen, wo ich denke, ach, Minecraft, das ist ja abgefahren. Das geht alles. Und genau. Und durch dieses Interesse schafft man ja auch gleich wieder Verbindung eigentlich. Verbindung. Und wenn man dann in der Verbindung ist, dann kann man auch ein ganz ehrliches Gespräch führen auf Augenhöhe, warum man sich Sorgen macht. Und auch Kinder können schon verstehen, was eben Computerspiele für gefährliche Auswirkungen haben fürs Gehirn und so. Und dann kann man eben auch viel besser so einen Vertrag auf Augenhöhe schließen, dass man sagt, ich muss da auf dich aufpassen. So, diese Computerspiel-Entwickler, die sind sehr schlau, die machen das genauso, dass man davon süchtig wird, dass man da nicht mehr mit aufhört. Und deswegen muss ich an der Stelle auf dich aufpassen. Und das mache ich. Und gleichzeitig merke ich aber auch, das ist eine totale Leidenschaft von dir. Deswegen brauchst du keine Angst haben, dass ich dir das wegnehme oder dir nicht mehr erlaube. Aber ich muss gucken, dass du gesund bleibst. Du bist ja durch deinen Beruf logischerweise sehr doll vor allen Dingen bei den Kindern. Und was ich gemerkt habe, in dem Moment, wo unser Sohn in die Schule gegangen ist, dass da, obwohl ich da auch das Vertrauen habe, na gut, das kann in der Schule richtig scheiße laufen und trotzdem kann da irgendwie was werden, habe ich da ganz oft gemerkt, oh, hier spricht gerade mein Vater aus mir heraus, oh, hier ist meine Mutter, hier ist irgendwie wieder so eine komische Angst, die ich eigentlich tief in meinem Herzen gar nicht habe, aber trotzdem schwappt so eine andere Generation aus mir raus. Auch das Thema Noten, das war in unserer Schule zum Beispiel, gibt es jetzt erst Noten? Und ich war am Anfang so, keine Noten, aber woher soll ich wissen, dass das jetzt funktioniert? Zum Gotteswillen, wie schaffe ich es meine, als Eltern teil oder als Eltern im Allgemeinen, wie schaffen wir das, die Vergangenheit Vergangenheit sein zu lassen und ins Vertrauen zu kommen, dass wir eben nicht die Noten brauchen bestenfalls, dass wir nicht sagen, aber der Marcel, der ist wirklich viel besser und da nicht zu denken, oh scheiße, unser Sohn, der landet in der Gosse. Also wie schaffen wir es so, diese Sachen so außen vor zu lassen? Und ich würde sogar sagen, weil du sagtest, wir sind ja keine Pädagogen, die das wissen, dass das und so weiter kommt. Diese Angst wird ja auch trotzdem in Schulen geschürt. Absolut, ja, ja. Und auch Vergleiche, auch merke ich, auch ohne Noten gibt es ein Ranking und eine Bewertung und so weiter, klar. Ja, es ist ein ganz großes Thema und das ist die große Frage, wie wir das überhaupt schaffen, weil es eben ein sich selbst verstärkendes System ist. Jeder Mensch hat seine eigene Schulerfahrung und meint auch deshalb Schule zu kennen und meint auch zu wissen, wie Schule gehen kann. Ich kann immer wieder dazu einladen, sich tatsächlich mal damit zu beschäftigen, wie es in anderen Ländern läuft und wie die tatsächlich bessere Ergebnisse erzielen als wir, obwohl es da so anders und so viel näher am Kind läuft. Also das ist gut, dass man mal Bilder hat. Ah, so kann Schule auch gehen. Dann sich tatsächlich mal mit Noten beschäftigen, was die eigentlich machen und wofür es die gibt und was die vor allem alles zerstören. Weil wir können natürlich die Noten jetzt nicht abschaffen als Eltern, aber wir können ihnen den Zahn ziehen, wenn wir sie nicht mehr wichtig nehmen. Es gab ja immer so diesen Spruch von dem grünen Atomausstieg selber machen, indem man irgendwie erneuerbare Energien selber abschließt. Genauso kann man den Notenausstieg selber machen, wenn man die wirklich nicht mehr wichtig nimmt, die guten und die schlechten. Aber dafür braucht es eben, glaube ich, Wissen, wie es anders gehen kann und dann auch tatsächlich die Erfahrung. Es gibt dann immer Eltern, die mir schreiben, sagen so, ich folge dir jetzt seit zwei Jahren und jetzt so langsam merke ich, wow, mein Kind hat sich total verändert. Aber wie bist du das losgeworden? Ich meine, du bist ja genau mit der Mutter aufgewachsen, die mit dir zur Gesamtschule gefahren ist und gesagt hat, das ist jetzt dein Platz, du hast schlechte Noten. Also du hast noch kein schulpflichtiges Kind, glaube ich? Nee. Nee. Ich bin das, glaube ich, dann letztendlich an dieser Brennpunktschule losgeworden, wo ich gesehen habe, hier sind diese Kinder, die haben alle so wahnsinnig schlechte Noten und können auch wirklich wahnsinnig wenig. Ja. Ich habe mich immer gefragt, was macht ihr hier eigentlich mit eurem Lehrplan? Könntet eigentlich auch einfach den Lehrplan von zwei Jahre vorher benutzen, weil die können das ja hier alle gar nicht. Und auf der anderen Seite eben gesehen habe, was die alles können, könnten, wenn man sich Mühe geben würde. Und dann habe ich gemerkt, das ist alles total arbiträr, was wir hier machen, ja. Wir pressen diese Kinder notdürftig in dieses System und dann schreiben wir mit denen irgendwelche Tests, die überhaupt nicht zu deren Leben an heute, an diesem Tag passen und deren Lernstand. Und dann drücken wir da eine Note drauf und dann sagen wir auch noch so dumme Sachen wie irgendwie so, ich gebe dir jetzt mal die schlechtere Note, das motiviert dich dann, was überhaupt nicht stimmt. Und dann produzieren wir irgendwie Jahr für Jahr an die 50.000 Schulabbrecher und keiner reflektiert das mal, warum wir das machen und warum es andere Länder gibt, die keine Schulabbrecher haben. Ja, und irgendwann ist mir das so aufgegangen, dass das alles ein völlig verrücktes System ist, ja. Also wir haben ja in Deutschland 2,5 Millionen junge Menschen zwischen 20 und 35, die keinen Berufsabschluss haben. 2,5 Millionen. Wir haben aber einen Fachkräftemangel von 430.000. Ich denke, wir könnten doch mal die zwei Zahlen vielleicht zusammenbringen. Da wäre, glaube ich, noch Luft nach oben. Dann hätten wir auch gar nicht so ein großes Problem mit dem demografischen Wandel. Tun wir aber nicht. Und dieses Versäumen, das machen wir in der Schule Jahr für Jahr, Jahr für Jahr. Ich wünsche mir, dass sich unsere Schule so verändert, dass die Kinder irgendwann morgens aufstehen und sagen, ich gehe da gerne hin. Und eigentlich ist es ein Skandal, dass sie da nicht gerne hingehen. Aber wir sind da alle so dran gewöhnt, dass wir das irgendwie so für gegeben hinnehmen. Jeder findet Schule doof, jeder findet Hausaufgaben doof, jeder freut sich über Hitze frei. Das ist aber Quatsch. Die Kinder verbringen einen Großteil ihrer Kindheit dort. Und es ist ein Skandal, dass sie da nicht gerne hingehen. Wir müssen Schule so machen, dass die Kinder da gerne hingehen. Von meiner Freundin Verena Friedrich-Hasel, die hatte ihre Kinder in Neuseeland auf der Schule. Und die meinte, wenn die krank waren, dann haben die die angelogen, um in die Schule zu gehen. Die wollten nicht zu Hause bleiben und haben irgendwie gefakt, dass sie kein Fieber haben. Und hier faken die Kinder, dass sie Fieber haben. Also es ist eigentlich total paradox, weil wir brauchen ja jedes einzelne Kind. Einmal wegen dem Fachkräftemangel. Andererseits jemand, der nur einen Hauptschulabschluss hat, jemand, der keinen Schulabschluss hat, keine Berufsausbildung, der wird mit recht hoher Wahrscheinlichkeit dann irgendwann in so einem Sozialsystem landen, weil man auch tatsächlich sein Leben gar nicht finanzieren kann von den niedrigen Löhnen, die bezahlt werden in diesem Sektor. Das heißt, selbst wenn ich kein eigenes Schulkind habe, wo ich jetzt wirklich eine liebevolle Verbindung habe und wo ich irgendwie möchte, dass aus dem was wird und dass es irgendwie gut vorbereitet ist auf sein Leben, sollte es uns alle angehen, jeden einzelnen in unserer Gesellschaft, dass unsere Schulen einfach nicht gut sind. Das Problem ist einfach, dass wir 16 Bildungssysteme haben. Und deswegen ist eine gesamtgesellschaftliche Diskussion darüber so schwer möglich, weil dann immer jeder sofort die Hand hebt, ja, aber bei uns ist es so, ja, aber bei uns ist es so. Und dann kann man natürlich so eine Grundsatzdiskussion direkt im Klein-Klein ersticken. Und dann gibt es immer so ganz viel Nebenkriegsschauplätze, wie jetzt letzte Woche der Bundeselternverband, der sich stark macht für eine Kleiderordnung in der Schule, keine lottrige Kleidung mehr in der Schule. Und man denkt sich nur so, ja, meinetwegen, kein bauchfreier T-Shirts mehr, gehe ich sogar persönlich mit, meinetwegen. Aber wir haben echt ganz andere Probleme, viel größere Baustellen, als was die Kinder anhaben. Naja, aber es wird halt nicht gemacht. Und das Problem ist so, so groß und so sich selbst wieder verstärkend erneuernd, dass ich nicht weiß, wie wir das lösen können. Aber ich glaube, es ist ein bisschen so, wie mit der Klimakrise vielleicht so vor zehn Jahren. Vor zehn Jahren war das auch alles schon klar, aber es war noch nicht so ganz im gesellschaftlichen Bewusstsein angekommen. Es waren noch so ein bisschen Leute, die viel Zeitung lesen, die sich viel mit beschäftigen, haben es verstanden. Es gab dann auch die Idealisten, die haben damals schon kein Fleisch mehr gegessen. Aber es war nicht so bei jedem klar, wir müssen da was machen, weil wir können es uns nicht leisten, nichts zu machen. Das geht nicht. Ja, das wird sauteuer, aber nichts machen wird noch teurer. Ist das eine Frage des Geldes? Ja, wahnsinnig. Unsere Schulen, die brauchen als allererstes mal 100 Milliarden Sondervermögen. Das ist das Erste. Es ist ganz klar erst mal eine Frage des Geldes. Und dann aber auch, weil du sagtest, das System an sich eben 16 verschiedene. Ja. Also bräuchte es im Grunde zu sagen, okay, wir brauchen erst mal Sondervermögen. Du sagst 100 Millionen. Milliarden. Milliarden. Stimmt, ja 100 Milliarden. Und dann bräuchte es? Ich glaube nicht, dass wir von diesen 16 Bildungssystemen wegkommen werden, weil die Leute müssten ja alle ihren Job selber abschaffen. Das werden die, glaube ich, nicht tun. Wir bräuchten auf jeden Fall mehr einheitliche Absprachen. Wir bräuchten einen Bildungsgipfel, der den Namen verdient. Beim letzten Mal waren, glaube ich, vier KultusministerInnen überhaupt nur da. Die anderen sind nicht gekommen. Wir brauchen eine gesellschaftliche Übereinkunft. Was wollen wir unseren Kindern eigentlich beibringen? Was müssen die können? Ist eigentlich das, was die gerade in der Schule noch lernen, wirklich das, was sie brauchen werden im 21. Jahrhundert? Und da sagen nun mal die meisten Experten, nein, die müssen ganz andere Sachen lernen. Wir haben ein total baufälliges Gebäude und das flicken wir an allen Ecken. Und dann machen wir ein bisschen da was dazu und da was dazu. Und eigentlich müssen wir es einmal abreißen und einmal von vorne denken und einmal wirklich sagen, okay, wie sollen die Kinder hier lernen? Wie sollen die Lehrkräfte hier arbeiten? Wie können wir Schule zu einem Ort machen, wo es Menschen gut geht, wo die gerne hingehen und dann von vorne anfangen? Weiß ich nicht, wie das gehen soll. Ich weiß aber, dass wir eben vor allem viel darüber reden müssen. Und deswegen meine ich das mit der Klimakrise. Ich glaube, jetzt so langsam wird mehr darüber geredet. Also habe ich das Gefühl, aber das ist vielleicht auch mein ganz subjektives Gefühl. Es wird wenig darüber geredet. Es wird wenig darüber geredet. Okay, dann ist das mal eine Schade. Also es wird wenig, interessanterweise wird sehr, sehr wenig in großen Medien drüber geredet. Das ist sehr auffällig. Und was auch auffällig ist, ist, dass der Protest, ich meine, es brauchte eben auch Fridays for Future. Genau. Und ich erinnere mich, ich glaube, es war Anfang, in diesem Jahr, das sagte Ulrich Wicker, der wundert sich, dass die Menschen nicht auf der Straße sind. Das habe ich auch geteilt. Also nächste Woche, 23. September, ist ja ein großer Bildungsprotest in ganz Deutschland. Der findet in allen Städten statt. Ich habe da auch drauf hingewiesen. Ich merke jetzt auch noch nicht so das Movement. Und deswegen sage ich das auch so. Es geht ja wirklich uns alle an. Eben nicht nur Eltern. Es gibt keine Personen. Das ist das Problem. Also es gibt, es arbeitet sich nicht an Personen ab. Ich glaube, deswegen klickt es auch nicht. Weil du hast halt irgendwie, keine Ahnung, du hast Ukraine, Krieg, Waffenlieferung und so weiter, hast du immer Personen, an denen man sich abarbeiten kann. Es gibt Feindbilder. Ja, auch bei Corona. Plötzlich machen wir auch ganz viel möglich. Genau. Und wir haben aber auch immer Gesichter dazu. Du hast auf der einen Seite die Gesichter und auf der anderen Seite die Gesichter. Und dadurch konnte man sich irgendwie immer medial damit beschäftigen und es hat immer gut geklickt. Aber bei der Bildungsreform, es gibt keine Gesichter. Es gibt irgendwie marode Schulen. Es gibt vielleicht irgendwie Toiletten, wo man denkt, ach du heiliger Bim Bam, wie jetzt hier in Berlin teilweise. Aber du hast nicht so, du hast keine Gretas und du hast das andere auch nicht. Und das ist so, glaube ich, das große Problem, warum es nicht medial, wahrscheinlich wird auch berichtet, aber nicht so, dass wir merken, so jetzt, oh, da will ich aber wissen, wieso, wie ist der gegen Waffenlieferung? Das kann ja wohl nicht sein. Und so, ich glaube, das hat damit zu tun. Es fehlen so die Gesichter und es war bei der Klimathematik ja auch lange so. Es brauchte ja erst mal eine Greta, so ein Gesicht und dann konnten sich alle daran abarbeiten oder hatten sie mit Aufkleber einen guten wie einen schlechten und dann ging es. Ja, und selbst, obwohl es die Greta gab, sind wir ja noch weit entfernt davon, die gute Lösung zu haben. Aber man hat wenigstens Gefühl, das Thema ist da, das ist den Leuten wichtig und das ist jetzt mir wiederum wichtig, dass das bei allen Menschen ankommt, dass wir da gerade ein ganz, ganz fettes Problem haben, was in den nächsten Jahren noch viel, viel schlimmer wird. Ja, wir haben jetzt gerade einen Lehrermangel von 40.000. So eine Zahl hört man so, ach ja, 40.000 Lehrer fehlen. Führt dazu, dass Matheunterricht ausfällt. Kinder haben keinen Matheunterricht. Klassen werden zusammengelegt. Es gibt keine spezielle Förderung. Völlig egal, ob du nicht mitkommst. Niemand ist da. Keiner hat Zeit, dir das zu erklären. Jeder einzelne Lehrer, der fehlt, das hat Auswirkungen auf 40.000. 50, 60, 100 SchülerInnen, die diese Sachen nicht lernen werden. Lernen funktioniert aber nur mit Anknüpfung. Wenn ich eine Lücke habe, dann muss ich die erst mal auffüllen. Wenn da keiner ist, der die für mich auffüllt, dann werde ich auch im Jahr drauf, wo ich vielleicht wieder Matheunterricht habe, keinen Erfolg haben. Das ist dramatisch. Also niemand macht sich wirklich klar, was das bedeutet. Und wir werden 2035 100.000 zu wenige Lehrkräfte haben, weil die einfach nur in Rente gehen. Und das ist auch ein Nachwuchsproblem. Das ist ein Nachwuchsproblem, das ist ein Demokratisches Problem, das ist natürlich auch ein Problem, wir haben, ja, wir haben jetzt natürlich nochmal durch den Ukraine-Krieg, haben wir nochmal viel mehr Kinder ins Schulsystem bekommen. Es sind viele verschiedene Sachen, aber man konnte es schon berechnen. Das war jetzt nicht, das ist keine ganz große Überraschung. Wir haben ein riesiges Problem, das Problem wird hundertprozentig noch viel schlimmer werden, aber wir könnten trotzdem jetzt was tun, eben zum Beispiel durch so ein Sondervermögen, weil wir werden nicht genügend Lehrkräfte haben, aber wir könnten zum Beispiel multiprofessionelle Teams bilden, weil in der Schule gibt es sehr, sehr viele Aufgaben, die im Moment von Lehrern erledigt werden, die nicht von Lehrern erledigt werden müssen. So, zum Beispiel könnte jede Schule jemanden für IT haben, wäre schon mal toll, dann würde das funktionieren. Wir brauchen da viel mehr SozialarbeiterInnen, wir brauchen da Psychologen, wir brauchen da einfach jemanden, der mit den Kindern Sport macht, der mit den Kindern Gärten hat, ein cooler Hausmeister, kann auch schon ganz viel übernehmen, was dann eben nicht eine Lehrkraft übernehmen muss. Ich bin auch dafür, dass wir die gesamten Lehramtsstudenten besser heute als morgen in die Schulen bringen. Die können da viel entlasten, weil dann eben nicht mehr Lehrkräfte super gehetzt noch die Sachen kopieren müssen in der Fünf-Minuten-Pause und sobald zwei Lehrkräfte im Raum sind, entspannt sie schon mal alles. Weißt du, wenn du da einen hast, der kippelt, wenn du da vorne stehst und gerade was erklären willst und dann ist da jemand hinten laut, das ist schwer, den ruhig zu kriegen von vorne. Dann fängst du mit dem an, dann hast du gleich den nächsten verloren, dem es jetzt wieder zu langweilig ist. Das ist schwer. Wenn du eine zweite Lehrkraft im Raum hast, die da hinten hingehen kann, sich neben den setzen, dem zuzwinkern und sagen, dann funktioniert das. Das kann dann sogar ziemlich liebevoll funktionieren. Im Moment funktioniert das nicht liebevoll. Im Moment gibt es dann halt rote Striche und Strafen und Einträge und Strafarbeiten. Diese ganze alte Nummer, die halt auch nicht mehr so wirklich zu der Art passt, wie Kinder heute erzogen werden. Und ja, aber es funktioniert eben nicht. Also Lehrkräfte sind überfordert. Wir haben einfach gesagt, macht die Förderschulen zu. Wir wollen jetzt Inklusion, aber wir haben die Lehrkräfte nicht dadurch darauf vorbereitet. Ich war in Klassen, da waren drei Autisten. Die Lehrerin meinte zu mir, ich habe keine Ahnung über Autismus, ich weiß nicht mehr, als was bei Wikipedia steht. So, hat dann da aber halt drei autistische Kinder sitzen. Der Sonderpädagoge kommt eine Stunde die Woche vorbei. Eine Stunde. Es ist alles so ein Scherz. Es ist wirklich, es ist ein Scherz. Deswegen, ich würde ein verpflichtendes Schulpraktikum mal für alle verordnen, dass sie sich das mal anschauen, was da passiert, wie schlecht das eigentlich ist, wie leicht man das auch alles besser machen könnte, wenn man da ein bisschen mehr Menschen und ein bisschen mehr Geld hätte. Ich meine, die engagierten Lehrkräfte, die kaufen alles selber. Die machen ihren Klassenraum schön, die kaufen das alles selber. Weil es wäre so komplex, also entweder man darf es nicht beantragen oder bis man es beantragt hat, die vergehen Jahre. Also in zwei Jahren brauche ich nicht den Sitzkreis, ich brauche ihn heute. Ja, vor allen Dingen diese Orga. Ich habe, ich saß letzte Woche mit einer Lehrerin im Zug und die jetzt, sagte, ich höre jetzt auf, nächstes Schuljahr bin ich raus, weil ich meinte, das Unterrichten macht ihr wahnsinnig viel Spaß. Die Beziehung zu den Kindern ist total super, aber sie ist eigentlich nur Managerin von irgendwelchen Sachen, die sie organisieren muss, die sie reporten muss. Natürlich auch, da kommen wir gleich dazu, sehr, sehr schwierig mit den Eltern an sich gerade und man hat eigentlich die ganze Zeit als Lehrer, als Lehrerin, also Lehrerin in ihrem Fall, man hat die Kinder, die Eltern und auch das System, die Direktorin und so weiter und so fort. Also man hat eigentlich, es steht die ganze Zeit unter Beschuss als Lehrer. Absolut. Und das ist natürlich schwierig und das war auch wirklich, das ist auch schade, das war offensichtlich echt eine coole Person. Exakt, genau. Also richtig, richtig viele coole Personen hören auf. Die haben es sauschwer. Wir haben auch kein gesellschaftlich gutes Bild von Lehrkräften. Also ich habe mich so wahnsinnig aufgeregt, als vor ein paar Wochen da diese Kampagne in Baden-Württemberg war, hast du das mitbekommen? Also Baden-Württemberg braucht mehr Lehrer, startet eine Kampagne, wie akquirieren wir jetzt hier Leute, die Lehramt studieren. Und dann kommt irgendeine Werbeagentur auf den saudoofen Spruch, hängt am Flughafen, riesiges Banner. Also J4 Flughafenhalle, riesiges Banner. Zurück aus dem Urlaub und gar keinen Bock und gar keinen Bock ist so riesig geschrieben, gar keinen Bock auf Arbeit morgen, Wertlehrer. Das habe ich gesehen, ja. Unbelievable. Es ist unbelievable. Ja. So, das ist ein ernsthafter Spruch. Menschen, die keinen Bock auf ihre normale Arbeit haben, sollen Lehrer werden. Also erstmal, wen ziehe ich damit an? Und zweitens, was ist das für ein Schlag ins Gesicht für engagierte Lehrkräfte, dass ihre Arbeit so einfach ist und so easy, dass man die doch machen kann, wenn man gar keinen Bock auf Arbeit hat. Und dann hat man ja eh so viele Ferien. Das ist das, was wir in Deutschland ernsthaft durchgehen lassen, von staatlicher Ebene, wie man Lehrer akquiriert. zum Beispiel, die Finnen wurden gefragt, welchen Beruf soll die Person haben, die du heiraten willst? Und hat die Mehrheit gesagt, am liebsten würde ich eine Lehrerin heiraten, einen Lehrer. So, würde ich sagen, sind wir auch in Deutschland ziemlich weit davon entfernt. So, das ist... Ich habe zumindest ein Lehrerkind geheiratet. Oh, das ist doch schon mal super, ja. Also ich würde auch sofort einen Lehrer heiraten, aber das ist wirklich traurig. Und ich glaube, wir brauchen da eine Menge Leute, die einfach darüber reden, die wirklich laut werden, die davon erzählen, die dem auch eine Sprache geben. Ich glaube, das ist was, was viele gar nicht so richtig greifen können, was da in der Schule passiert, die nicht so richtig... Die irgendwie so ein ungutes Gefühl haben bei dem, was ihre Kinder da so mitbekommen, ja. Irgendwie Eltern, die mir dann so eine Strafarbeit ihrer Kinder zeigen und sagen so, irgendwie das ist so komisch, so aus der Zeit gefallen, dass der jetzt wirklich diese zwei Seiten hier abschreiben muss. So, was soll das? Aber ihnen fehlt so ein bisschen die Sprache, der wissenschaftliche Kontext, dass das wirklich dem Lernen nicht zuträglich ist. Also das sage ich auch immer Eltern so, guckt, dass es euren Kindern beim Lernen gut geht. Es muss denen gut gehen, die müssen Freude haben, die müssen in diesem Floh-Zustand sein. Alles andere ist schlecht, ja. Negative Lernerlebnisse führen dazu, dass Kinder nicht mehr lernen wollen und wenn Kinder erst hassen, die die Hausaufgaben und dann die Schule. Wenn das so ist, dann müsst ihr dafür sorgen, dass das nicht mehr so ist, aber das darf man auf keinen Fall hinnehmen, weil einen Grundschüler, den kann ich mit Druck noch ganz schön weit pushen. Der macht, der will gefallen, der Lehrerin, den Eltern, der macht dann noch ganz schön viel. Fünfte, sechste Klasse klappt das auch noch. Spätestens ab der siebten entgleitet mir das komplett. Bei einem pubertären Kind habe ich das gar nicht zu versuchen. Keinen Bock, mir auch egal. Dann stehe ich da mit meinem Druck. Es funktioniert nicht. Es funktioniert über Beziehung, es funktioniert über Inspirieren, dran glauben, natürlich auch über Konsequenz. Auch einfach sagen, nein, wir machen das jetzt. So, los geht's. Ich bleibe hier stehen, bis du es gemacht hast. Aber dafür muss ich nicht fies werden. Wie kann ich das Verhältnis zwischen Lehrern und Eltern verbessern, würde ich sagen. Ich kenne das noch, eine alte Welt, der Lehrer, die Lehrerin hat recht, hast du scheiße gebaut. Und jetzt mittlerweile, glaube ich, gibt es Eltern, die die Lehrer verklagen und es gibt eine ganz andere Rechtfertigungssituation. Also es ist irgendwie, ich glaube, das ist jetzt kein, nicht nur anekdotisch, dass manche Eltern das Gefühl haben, die Lehrer sind ihre Angestellten. Ja. Mir tun die Lehrkräfte da auch total leid. Das ist oft unberechtigt und manchmal berechtigt. Also irgendwie finde ich es ja gut, wenn auf die Arbeit von Lehrkräften geschaut wird. Also eigentlich finde ich das schlimm, dass man so verbeamtet wird und dann unterrichtet man so Jahrzehnte vor sich hin. Oder ich habe da auch in der Schule, habe ich Leute gesehen, wo ich dachte so, das kann einfach nicht angehen, dass du so Unterricht machst und dass das erlaubt ist und dass du das einfach hier Tag für Tag so durchziehst und das ist einfach schlecht und da müsste jemand mal gucken und müsste mal kommen und sagen, so läuft das hier nicht. Ja. Also an der Stelle finde ich das gut, dass da mehr Bewusstsein für entsteht. Wie wird eigentlich hier unterrichtet? Wie wird das gemacht? Ist das zuträglich für das Kind? Lernen die hier was? Finde ich gut. Andererseits wird da eben auch ganz vielen Lehrkräften das Leben total schwer gemacht. Eben von solchen Eltern, die das dann vielleicht übertreiben oder auch bei Lehrkräften machen, wo das jetzt gar nicht so nötig wäre. Man guckt ja auch nicht rein. Und die wenigsten machen sich eine Vorstellung davon, wie schwierig das eigentlich ist, 25 Kinder gleichzeitig zu unterrichten. Und die sehen dann natürlich so sehr, ihr Kind, was das jetzt heute zu Hause erzählt hat. Und dann kochen die Emotionen hoch. Ich wünsche mir da eigentlich so einen verpflichtenden Lehrgang in gewaltfreier Kommunikation für Eltern und Lehrkräfte. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man dieses Sprichwort, man deckt ein Dach nicht, wenn es regnet, sondern wenn die Sonne scheint. Also wirklich am Anfang, wenn noch alles gut ist, versuchen mit der Lehrkraft eine Beziehung aufzubauen. Und da müssen auch die Lehrkräfte offen dafür sein. Sich Zeit nehmen am Elternabend. Und wirklich, ich glaube, was toll ist, wenn die Lehrkräfte die Haltung haben, die Eltern sind die Profis für ihr Kind. Die kennen ihr Kind am besten und die Eltern gleichzeitig die Haltung haben. Die Lehrkräfte sind die Profis fürs Unterrichten. Die wissen, wie das geht, was man wie wann lernen muss. Und ich glaube, da kann man dann so ganz gut zusammenfinden, dass man dann eben wirklich zur Lehrkraft geht und sagt, wissen Sie, die Mia, die hat Angst, wenn sie unter Druck gesetzt wird. Die verkrampft dann, die kann dann nichts mehr. Aber wenn man das und das macht, dann kriegt man die. Den Lehrkräften Tipps und Tricks mit an die Hand geben, wie man mit dem Kind gut klarkommt. Und gleichzeitig dann aber auch die Lehrkräfte zu den Eltern sagen können, das ist was, was wir echt üben müssen. Das macht es hier gerade für mich schwierig. Wie kommen wir da zusammen? Wie können auch sie mich da unterstützen, dass ich besser mit ihrem Kind arbeiten kann? Und was eben ganz blöd ist, wenn die Eltern vor den Kindern über Lehrkräfte lästern? Weil dann machen sie es dem Kind richtig, richtig schwer. Weil das muss ja jeden Tag da sitzen und sich die Lehrkraft anhören. Und wenn man jetzt gehört hat, Mama und Papa finden die total doof und die kann ja gar nichts, dann wird es ja noch viel, viel schlimmer, da zu sitzen und sich das anzuhören. Und dann fange ich erst richtig an mit dem provozierenden Verhalten. Das heißt, das bringt nichts. Auch mit dem Kind kann man wirklich sagen, das ist deine Lehrkraft. Ich glaube ganz fest, dass sie dir was beibringen will. Und insofern bin ich auch mit der Lehrkraft ein Team. Wir beide wollen, dass mein Kind etwas lernt. Von unterschiedlichen Winkeln kommend. Und versuchen zu sehen, was die Gutes macht. Und vielleicht entspricht das nicht meinem Stil oder wie ich es mir vorgestellt habe. Aber da ist im Zweifel was Gutes drin. Und was ich immer als Tipp gebe, ist tatsächlich die Engelsspirale. Also die Engelsspirale ist das Gegenteil von einem Teufelskreis. Und zwar ist das, wenn ich die Lehrkraft für etwas wertschätze, was sie gut macht, ihre Stärken sehe, dann fühlt die sich gut. Und das kann so was Leichtes sein, dass ich eine E-Mail schreibe und sage, Paula hat heute so begeistert begeistert vom Ausflug berichtet, vom Matheunterricht berichtet. Das wollte ich Ihnen noch mal sagen. Da müssen Sie ja einen tollen Job gemacht haben. Punkt. Ist auch keine Schleimerei. Kann man sich auch mit anderen Eltern zusammentun, damit man nicht der Einzige ist, der sowas schickt. Dann kommt die Lehrkraft in ihre Kraft. So. Und dann wird die mehr davon machen. Und nur so werde ich schaffen, dass da jemand mit meinem Kind arbeitet, der sich wohlfühlt. Und jemand, der sich wohlfühlt und dem es gut geht, der kann auch überhaupt erst guter Lehrer sein. Wenn ich aber da erst mal in den Mangel gehe und erst mal sage, was der alles nicht macht und was der alles nicht kann und was alles schlecht ist, dann werde ich die Person nur gegen mich aufbringen. Und die wird nur noch weniger Lust haben, mit meinem Kind und der Klasse zu arbeiten. Der Weg ist über das Positive. Aber ich muss auch sagen, mir wird es auch schwerfallen. Mir wird es schwerfallen, mein Kind da so abzugeben. Das widerspricht auch so ein bisschen dem Zeitgeist. Ja, wir machen das alles so perfekt für unsere kleinen Kinder. Und dann plötzlich muss ich das loslassen und in diese fremden Hände geben und erlauben, dass da jetzt ganz viele andere Leute auf es einwirken. Und was mir da immer hilft, ist, dass man sich wirklich klar macht, auch nur eine Person kann in der Biografie eines Menschen den Unterschied machen. Wie bei dir auch, der eine Lehrer. Der eine Lehrer. Und ich glaube, egal wie man fragt, jeder sagt, ja, damals war diese eine Person, die hat an mich geglaubt, die hat mir das und das gezeigt, die hat mir die Tür und dahin geöffnet. Wir können mit ganz schön viel Mist umgehen. Dieses resiliente Kind, die Kinder sind resilient, die schaffen das. Wir müssen nicht dafür sorgen, dass die da auf Regenbogen tanzen. Aber auf der anderen Seite so ein bisschen mehr Regenbogen in der Schule wäre schon schön. Du hast erst gesagt, ganz am Anfang, dass du ja inzwischen auch schon einige gute Schulen gesehen hast. Wo? Adressen. Das sind leider Privatschulen in Deutschland. Das ist schade. Deswegen sage ich auch, bitte, bitte, liebe Kultusminister, wacht auf, weil es gründen sich halt nonstop immer neue Privatschulen, weil immer mehr sagen, ich mache das nicht mehr mit. Und das ist so schade. Das gibt es in vielen anderen Ländern auch, dass einfach das staatliche Schulsystem so schlecht ist, dass man sein Kind dann nicht mehr hinschickt, wenn man irgendwie ein gewisses Einkommensniveau erreicht hat. Und dann geht halt die Schere noch viel weiter auseinander. Und eigentlich haben wir in Deutschland noch tolle staatliche Schulen. Also in München, wenn man da was auf sich hält, dann schickt man sein Kind eigentlich noch aufs Max oder aufs Wilhelm. Das geht aber langsam kaputt. Wenn du jetzt demnächst unterwegs sein wirst und eine Schule suchen wirst für dein Kind, was werden die Fragen sein, die du stellst oder worauf wirst du achten? Also erstmal werde ich mir den Klassenraum anschauen. Ist das da noch so Reihe für Reihe, Pult für Pult, alle frontal ausgerichtet nach vorne? Oder ist das so ein offeneres Konzept? Gibt es da eine Ecke, in die man sich zurückziehen kann? Gibt es da unterschiedliche Sitzmöglichkeiten? Gibt es auch die Möglichkeit, im Stehen zu arbeiten? Gibt es sowas wie einen Sitzkreis? Was sind da so für Utensilien? Da kann man ganz viel drauf schließen, wie hier unterrichtet wird. Dann werde ich schauen, haben die schon mal von Growth Mindset gehört? Weil das ist echt, das ist krass. Also in England oder Amerika, also im gesamten angelsächsischen Raum, jede Lehrkraft unterrichtet Growth Mindset. Jede. Und hier ist das noch so ein Spezialwissen. Also ich würde so fast sagen, dass viele Leute das durch mich kennen. Ja. Also ganz krass. Ja und dann eigentlich nur genau zuhören, wie reden die über Kinder, wie sehen die Kinder. Aber man kann auch eine ganz toll staatliche Schule finden, auf jeden Fall. Ja. Man kann, es ist leider immer vom Lehrer abhängig, das ist das Doofe und das ist aber auch an der privaten Schule auch. Und dann hast du erst gesagt, dass es ja für die Zukunft ganz andere Sachen geben wird, die wir können und die wir unseren Kindern beibringen sollten. Was sind das für Sachen? Also jetzt auch vielleicht auch in dem Hinblick 2023, wir merken jetzt schon, dass sowas wie Künstliche Intelligenz, das ist schon jetzt nicht mehr, das ist jetzt kein Science-Fiction-Film mehr. Stichwort Künstliche Intelligenz bedeutet eigentlich, dass wir uns mehr darauf fokussieren müssen, was macht uns zum Menschen und was haben wir Künstlicher Intelligenz noch sehr, sehr lange voraus. Und das sind unsere emotionalen Fähigkeiten. Im Moment haben wir noch einen starken Fokus auf Dinge, die jetzt Künstliche Intelligenz schon besser kann. Eben Wissen, auswendig lernen, auch die Texte von ChatGPT sind ja ziemlich gut. muss man sagen. Genau. Es gibt da verschiedene Systeme, wie man das so sagen kann, was Kinder später brauchen. Eins ist zum Beispiel das 4K-Modell. K, Kreativität, ist was, was Künstliche Intelligenz praktisch nicht kann. Ja, ich weiß, Sie können es simulieren, genau. Aber eben wirklich innovative Lösungen auf Herausforderungen finden, das ist schon was sehr Menschliches. Das ist was, was in der Schule ja fast abtrainiert wird. Also Kunst und Musik fällt als erstes aus und ist ja auch irgendwie nicht so wichtig. Und in anderen Fächern geht es auch nicht unbedingt darum, kreativ zu sein. Ja, also auch die Art, wie wir Mathe unterrichten. Es gibt Länder, die unterrichten Mathe ganz anders. Die machen wirklich, okay, hier ist eine Fragestellung und jetzt bin ich mal interessiert, was ihr für kreative Lösungen dafür findet. Und jede für sich ist gut. Bei uns ist es eher so, das ist der Weg, das ist der richtige. Deiner war umständlich, deswegen ist er nicht gut. Dafür gibt es dann auch gleich einen Fehler. Dann ganz wichtig, Kommunikation. Schriftlich, aber vor allem mündlich. Ich finde, beim Mündlichen könnten wir viel, viel stärker werden. Wie bringe ich meinen Punkt so rüber, dass der mir geglaubt wird? Da wird auch viel zu wenig, finde ich, mit den Stärken von den Kindern gearbeitet. Ich habe da auch in meinem Buch so ein Beispiel, einen Junge, der eben schlechte Noten hat. Irgendwie schlecht in Mathe und schlechte Naturwissenschaften und so weiter und es fällt ihm alles schwer und hat vielleicht noch eine LRS dazu, also Lese-Rechtschalbschwäche. Und der wird ja in der Schule richtig klein gemacht. Der erfährt, ich bin hier eigentlich zu doof, ich kann das alles nicht. Der hat richtig Stress am Nachmittag, muss immer die Hausaufgaben machen, Misserfolge, noch und nöcher. Aber der ist vielleicht jemand, der ganz viele Freunde hat, der immer zu jedem Geburtstag eingeladen wird, weil alle so gerne Zeit mit ihm verbringen, der ein Gefühl dafür hat, wenn es jemandem schlecht geht, der dann zu dem geht, den streichelt, der dafür sorgt, dass auch jemand, der gerade ein bisschen außen steht, vielleicht doch mitspielen darf beim Fußball. All das wird in der Schule nicht gewertschätzt. Klar sagt dem mal jemand, ach du, Sozialverhalten ist bei dir gut, aber im Endeffekt wird es nicht gewertschätzt. Und dieser jemand könnte später einen Job haben, der niemals von AI ersetzt werden kann. Zum Beispiel ein großes Hotel leiten, da an der Rezeption stehen, dafür sorgen, dass sich jeder willkommen und wohl fühlt. Niemals wird es so sein, dass man in ein Hotel kommt und da steht ein Roboter. Das wird sich nie gut anfühlen. Man will, dass da jemand kommt, einem ins Gesicht lächelt, sagt, hatten Sie eine gute Anreise? Ich zeige Ihnen mal Ihr Zimmer. Dafür brauchen wir solche Menschen und die fördern wir in der Schule nicht genug, weil der hat extreme Stärken, die sehr, sehr wichtig sind, auch auf unserem Arbeitsmarkt. Die werden aber nicht gefördert und einfach nicht so richtig gesehen. Genau. Dann ganz wichtig, kritisches Denken. Ganz viel zu hinterfragen. Natürlich ganz krass in Bezug jetzt auf Fake News. Das ist wirklich demokratieerhaltend wichtig, dass wir da kritisches Denken beibringen. Auch sagen, was es da für große Versuchungen gibt durch Bots und so weiter. Aber auch da muss ich natürlich bei den Kindern von Anfang an die Haltung haben, ich finde das gut, wenn ihr kritisch hinterfragt. Aber in der Schule ist es ganz oft so, nee, es wird so gemacht, wie ich das sage. Ich weiß es besser. Ihr macht es so. Und dann schlag, mit dem Abitur sollen die plötzlich kritisch denken. Und plötzlich sollen die irgendwie diese tollen Wesen sein, die kreativ denken und so. Aber bis dahin war alles so, nee, es wird gemacht, wie wir das sagen, das ist der Lehrplan. Das hast du zu lernen auf die Art und Weise bis dann und dann und frage ich das ab und dann kriegst du eine gute Note, wenn du genau die Antwort gefunden hast, die ich hören wollte und wenn nicht, dann kriegst du halt eine schlechte Note und wenn du in Rallye und Chemie eine 5 hast, dann bleibst du sitzen, obwohl du vielleicht in 5 anderen Fächern eine 1 hast und es gar keinen Sinn macht, diese Person jetzt so aufzuhalten, das ist verrückt. Und dann der vierte Punkt des vierten K ist Kollaboration mit anderen Zusammenarbeiten. Das ist auch was, was AI nicht gut kann, was extrem wichtig ist. Wenn man sich mal anschaut, wer so die ganzen letzten 50 Jahre den Nobelpreis gewonnen hat, gerade so in den Naturwissenschaften, das waren nicht mehr einzelne Menschen, das waren immer Teams. weil wir haben einen Grad der Komplexität erreicht, der von einem alleine nicht mehr bewältigt werden kann. Wir müssen im Team arbeiten. Es gibt nicht mehr die Jobs, wo man so vor sich hin puzzeln darf. Wir brauchen diese emotionale Intelligenz. Wie gehe ich mit Konflikten gut um? Wie erreiche ich was im Team? Wie kann ich damit leben, dass wir unterschiedliche Stärken haben? Wie arbeite ich so, dass die Stärken von jedem Teammitglied zum Tragen kommen? Das ist auch was, was in der Schule praktisch nicht beigebracht wird. Da wird mal eine Gruppenarbeit gemacht, aber die ist meistens so eine Fake-Gruppenarbeit. Da wird einfach eine Aufgabe gegeben und dann wird gesagt, jetzt mach dir mal in der Gruppe. Eigentlich muss ich Gruppenarbeiten so gestalten, dass ich eine Aufgabe gebe, die nur als Gruppe lösbar ist, die ich nicht alleine schaffen kann. Bis jetzt ist es so, okay, dann macht der das, dann macht der das und am Ende machen wir es irgendwie zusammen. Eigentlich muss ich sagen, okay, hier ist die Aufgabe und ihr habt nur zehn Minuten Zeit. Und plötzlich muss ich im Team sagen, okay, wie machen wir das? Das klappt ja nur, wenn du das machst, während ich das mache und dann musst du mir das schnell bringen, damit ich das dem geben kann und währenddessen muss der schon mal das machen. Und plötzlich entsteht dann echte Teamarbeit. Aber auch da haben Lehrkräfte leider nicht genug Werkzeug in der Ausbildung bekommen, diese Teamprozesse zu begleiten. Das ist auch was, wo Unternehmen viel, viel, viel weiter sind, die diese ganzen Trainings machen. Davon haben die in der Schule alle noch nie gehört. Also du wirst geschockt sein, wenn du in die Schule gehst. Die haben von sowas gar keine Ahnung. Also ich war ja bei diesem Teach First und wir haben da so eine Sommerakademie und Teach First wurde in Deutschland von McKinsey-Beratern gegründet, die in ihrem Sabbatical waren. Das heißt, die waren dort total in diesem McKinsey-Drive. Ganz viel davon haben die auch da in dieses Fellowship reingebracht. Und dann kommt man nach diesen zwei, drei Monaten Sommerakademie so voll begeistert in die Schule und denkt so, boah, ich will jetzt was erinnern, das wird richtig cool. Und dann ist erst mal Dienstbesprechung und dann wird sich nicht mal begrüßt. Dann gibt es auch irgendwie so eine ganz hässliche, schreckliche Agenda und dann wird so ganz langsam jeder Punkt durchgesprochen. Ja, hat noch jemand was dazu zu sagen? Nein, okay, nächstes Mal. So. Und man denkt, was? Das ist die Teamsitzung hier von uns, die wir doch jetzt diese tausend Schüler irgendwie fürs Leben vorbereiten wollen und denen alles beibringen wollen. That's it. Ja? Also ganz krass. Ja, wir haben auch noch drei neue Kollegen, ja, da hinten. Ja. Ja, stehen Sie mal kurz auf. Ja, okay. Ja, herzlich willkommen. That was it. Kein Kennenlernen, kein Teamspiel, nix. Ein Wahnsinn. Das ist echt schockierend. Das ist wirklich krass. Wenn man sich mit dir beschäftigt, wenn du so vor mir sitzt und das Buch liest und all das und auch ein bisschen schaut, was bei dir auf Instagram los ist. Also es gibt richtig viel zu tun. Es gibt richtig viele Probleme. Es gibt also so eigentlich meine Fresse. Also so. Ganz schlimm. Wir haben ja heute nur so ein bisschen mal so kurz. Ich habe ab und zu mal so. Wie schaffst du dich abzugrenzen von all den Sachen? Ach, ich muss halt manchmal mein Handy ausmachen. Ich bin natürlich ganz krass mit meinem Handy hängend. Genau. Und der Daumen drückt automatisch auf den Instagram-Button. Nee, ich muss mich absolut davon abgrenzen, weil es macht auch müde, aber es gibt auch viel Kraft. Genau. Aber ich bin da jetzt echt nicht der Profi, den man fragen sollte. Ich habe das jetzt nicht im Griff. Und siehst du denn aber, jetzt machst du das ja auch schon eine Weile, und siehst du, dass sich etwas verbessert? Also siehst du auch, na, ich sehe dein Gesicht. Doch, doch, nein, nein, nein. Also ich habe gerade was anderes gedacht. Ich habe mich gefragt, ob ich was von deinem Wasser haben darf. Ja, ja, unbedingt. Okay. Ja, deswegen war ich so ein bisschen traurig, als du gesagt hast, dass gar nicht über Bildung geredet wird, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, es ist schon besser geworden. Naja, also es wird, es kriegt, also ja, gar nicht, stimmt auch nicht, aber die mediale Aufmerksamkeit, wenn auch in der Bundesregierung etwas zum Thema Bildung getan wird, also die Wand habe ich dann auch mitbekommen, die Werbung, ja, wurde ich erst dachte nicht, aber wenn ein neues Paket irgendwo verabschiedet wird, zu dem Thema. Ja, was ja dann nicht abgerufen wird. Also das Geld, was da ist, wird nicht abgerufen, weil es zu komplex ist, es abzurufen, weil es zu wenig Lehrer gibt, die die Anträge stellen könnten, die aber auch gar nicht wissen, wie man die Anträge stellen soll. Deswegen werden sie nicht gestellt, deswegen kommt es gar nicht an und dann dauert es auch so lange, bis es kommt, dass dann das, was kommt, auch noch das Falsche ist mit der falschen Software, die man gar nicht benutzen darf. Es ist grauenhaft. Ja, also auch dieses neue verabschiedete Budget sozusagen. Es ist alles schrecklich, genau. Genau, also deswegen ist es findet... Aber also von meiner Seite, das ist immer das Blöde. Ich habe ja Philosophie studiert und da hat man ja auch Logik. Und da gibt es einen ganz berühmten inklusiven Fehlschluss. Das ist, wenn man von der eigenen Erfahrung irgendwie auf die Welt schließt. Jetzt ist meine Erfahrung natürlich, dass ich jeden Tag hunderte Nachrichten bekomme und die eine Hälfte ist so, es ist alles so schwierig, mein Kind kann XYZ nicht, es ist so schrecklich, hast du einen Tipp? Und die andere Hälfte ist, Caroline, ich bin dir so dankbar, heute hat mein Kind ein Radiergummi von der Lehrerin bekommen, da steht, Fehler sind Helfer, die kennt dich. Die Lehrerin hat dein Profil auf dem Elternamt vorgeschlagen, ich bin so dankbar. Schau dir mal an, hier in dem Heft ist eine Lupe. Das muss ich vielleicht kurz erklären. Also ich habe, ganz viel meiner Arbeit ist ja, wie man mit Fehlern gut umgeht und eine Sache, die man machen kann, ist, dass man an einem Fehler eine Lupe malt, also einen kleinen Kreis mit einem kleinen Strich dran und einfach zeigt, hier guckt er nochmal genau hin. Und wenn das Kind, das sich dann anschaut, findet den Fehler selber, vielleicht auch nicht, ihn ausbessert, dann wird mit wenigen weiteren Schritten aus dieser Lupe eine Sonne. und dann strahlen mich aus einem Text, wo vielleicht zehn Fehler waren, plötzlich zehn Sonnen an. Zehn Momente, wo was gelernt wurde, wo ein Fehler als Fehler erkannt wurde, ah, ist nicht richtig, so mache ich es besser. Eigentlich zehn Gründe zum Feiern. Was ganz anderes als die roten Fs. Ja, absolut. Genau. Und ich habe eben jeden Tag sehr, sehr viele Nachrichten von Eltern sagen, die sagen, Kaunin, ich bin so glücklich, im Heft von meinem Kind sind lauter Lupe. Wie schön. Ja, das Video, wo ich das geteilt habe, hat, glaube ich, eine Reichweite von 2,5 Millionen. Das sind schon ganz schön viele. Ja. Das ist schon cool. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist eher das, was bei mir ankommt, als was in der wirklichen Mehrheit da ist. Aber ich meine, jetzt bin ich ja hier. Ja. Ich habe noch drei schnelle Fragen, bis zum Ende. Also du kannst ja auch Zeit lassen. Okay. Ich bin nämlich nicht so gut, wenn ich weiß, es muss schnell gehen. Nein, nein, nein. Kein Druck an dieser Stelle. Kein Druck. Was denken andere über dich, was nicht stimmt? Ach, ich glaube wahrscheinlich, dass ich super, super selbstbewusst bin und genau weiß, was ich mache, wie ich es mache und so. Mir schreiben auch ganz viele Leute so, kannst du nicht Politikerin werden? Wenn ihr mich wirklich kennen würdet, wüsstet ihr, wie wahnsinnig ungeheignet ich dafür bin. Ich bin nämlich total sensibel und ganz nah am Wasser gebaut. Nehme mir alles zu Herzen. Das wäre ganz schrecklich. Ja, vielleicht das. Ich glaube, dich kann man nach einem guten... Was denkst du denn über mich? So von außen. Lustigerweise hätte ich gedacht, dass du gut in der Politik aufgehoben wärst. Habe ich wirklich gerade, also davor schon gedacht. Oh je. Und ich glaube aber auch, habe ich diese Woche mit einer Politikerin nämlich gesprochen, dass sich die Politik dahingehend total ändern muss, dass sie nämlich nicht mehr Stärke als Stärke verkauft, sondern auch, dass nach Brainy Brown Verletzlichkeit stark macht und dass man nicht, die Härtesten kommen hier durch und die andere am besten übervorteilen und so weiter. Das passiert hier in der Politik auch ganz extrem und diese Wind, nach dem Wind reden, sondern dass man eben auch schafft, dass leise Menschen, introvertierte Menschen, dass die auch in die Politik gehen und weil die werden da nicht repräsentiert und das ist ja eigentlich schade, dass also genau, wie schade es ist, dass du, du bist ja eigentlich eine wunderbare Lehrerin, ganz, ganz offensichtlich, aber der Ort Schule ist nicht das Richtige für dich und du bist, denken auch andere, wahrscheinlich eine sehr gute Politikerin, aber der Ort ist nicht das Richtige für dich und dann muss man doch sagen, ja, da müssen wir nochmal ran. Das stimmt, aber also ich folge ja auch so ein paar PolitikerInnen und auf Instagram alleine und wenn ich mir anschaue, was da für gemeine Kommentare sind. Das ist unglaublich. Und also, also zum Beispiel die Doro Bär, das ist, die war Digitalministerin, die ist von der CSU in Bayern, die folgt mir auch, die ist total nett. Wähle ich die CSU? I don't know, aber das ist eine Frau, die ist, die ist Mutter, die ist krass engagiert, die macht einen super Job, die steht für ihre Überzeugung ein, die ist Demokratin. Warum kann ich der nicht mit Respekt begegnen? Wenn man sich die Kommentare anschaut, das ist schrecklich, das ist unterirdisch, was die sich jeden Tag anhören muss. Und da denke ich, da ziehe ich meinen Hut vor ihr und denke so, wow, wie die das aushält, das ist wirklich so unter die Gürtellinie und einfach nur gemein. Und ja, wie gesagt, ich glaube, dafür bin ich nicht ausgeregt. Da würde ich auch sagen, ich verstehe auch tatsächlich nicht, also ich halte das immer für ein großes, denke ich immer, es ist schon krass, dass ihr das macht, aber eigentlich ist es, würde ich jeden Politiker und jede Politikerin empfehlen, Kommentarspalte ausmachen. Da ist nichts für dich drin, was irgendwie, das wird irgendwie Demokratie, meint man da und so weiter. Das ist einfach bösartiger Müll. Das ist bösartig, ja. Und wirklich, also ich bin echt dankbar für jeden Politiker, also jedem bin ich dankbar, weil ich sage, es ist doch cool, das ist echt viel Arbeit, die machen sich Gedanken, die nehmen sich Zeit, die haben sich Jahre engagiert, auch erstmal ehrenamtlich, bis die überhaupt in ihrer Partei zu dem Punkt gekommen sind und man wird davon jetzt auch nicht reich. Also es sind meistens Leute, dass wenn die in der freien Wirtschaft arbeiten würden, dann könnten die viel, viel mehr Geld verdienen. Ich glaube, du kannst mir einen guten Buchtipp geben. Unbedingt. Ja. Zum Thema passend, ein absoluter Zwang zu lesen, bitte, und zwar der tanzende Direktor von Verena Friederike Hasel. Ich habe sie vorhin kurz erwähnt, die mit ihren Kindern in Neuseeland geliebt hat. Das ist ein zauberhaftes, schönes Buch über das Schulsystem in Neuseeland. Jetzt denkt man erstmal, okay, hört sich jetzt nicht so spannend an. Ich verspreche es dir, es ist so gut geschrieben, dass man es richtig gerne liest und ich habe die ganze Zeit geheult, weil man sieht, wie schön Schule sein kann. Also wirklich, also eine Gänsehaut-Geschichte muss ich kurz erzählen. Also zum Beispiel lernen die Kinder dort, so wie auch hier, wie ein Vorgang beschrieben wird. Und bei uns wäre das dann halt, jetzt kommen wir alle mal hierher, jetzt erkläre ich euch mal, wie man das macht und jetzt legt ihr mal los, nehmt den und den Vorgang und beschreibt ihn. Nein, in Neuseeland treffen sich die Kinder morgens vor der Schule mit ihrem Lehrer am Strand und beobachten den Sonnenaufgang über dem Meer. Und dann gehen sie mit diesem eindrucksvollen Erlebnis in den Unterricht und sammeln erstmal Gefühle und Adjektive, die sie gespürt haben, was sie gesehen haben, an der Tafel. Und dann wird gesagt, und jetzt beschreibt ihr mal diesen Vorgang. Oh, wow. Das ist der unterschiedliche Herangehensweise. Das führt dann dazu, dass die Kinder plötzlich sehr gerne in die Schule gehen. Hefte raus. Ja, genau. Das ist die deutsche Sprechung. Und die hat jetzt auch gerade ein neues Buch geschrieben. Das kommt sogar in zwei Wochen raus. Das heißt, das krisenfeste Kind, das geht jetzt eben vor allem so darüber, was wollen wir Kindern beibringen? Was sollen die lernen? Und da zeigt sie viele Schulerlebnisse aus Finnland, aber auch Schulerlebnisse an besonderen Schulen hier in Deutschland. Das heißt, das kannst du auch lesen und dann mal sehen, was es nämlich auch ganz tolles, geniales schon in Deutschland gibt. Das ist aber halt auch ein großes Problem. Wir haben nicht diese Best-Practice-Mentalität hier. Also dieses Gefühl von, da macht jemand was gut, lass mal hingehen und lass mal kopieren. Mega gut. Nee, wir gehen erst mal hin und dann zweifeln wir erst mal, ob das tatsächlich so gut ist. Dann musst du das auch erst mal wissenschaftlich beweisen, dass das wirklich gut ist. Und bis dahin ist schon wieder halb vergessen und die anderen machen alle genau weiter wie bisher. In Neuseeland, wenn da ein Lehrer besonders gut ist, weil die Kinder, also wenn die Kinder besonders gute Ergebnisse haben, dann ist das so ein Ausreißer in der Statistik, dann schicken die da sofort ein Team von der Uni hin. Die müssen sich dann angucken, was macht der Lehrer anders. Dann wird es direkt in fünf weiteren Schulen ausprobiert. Wenn es dann dort auch zu besseren Ergebnissen führt, ist das im Jahr darauf schon in allen Schulen verteilt und alle müssen so unterrichten, wie der das gemacht hat. Könnten wir in Deutschland auch machen. Wir haben hier nämlich richtig gute Lehrer, die richtig tolle Sachen machen. Ist aber nicht so, weil wir haben halt leider dieses grauenhafte Beamtentum, was da in den Kommunen sitzt, was da alles immer, ich nenne die immer nur die Verhinderer. Deswegen, dieses Buch bitte lesen, damit man erst mal ein Bild davon hat. So könnte es auch sein. Ich packe das auf jeden Fall auch in die Shownotes. Dein Buch natürlich auch, dein Instagram natürlich auch. Ja, mein Buch ist auch ganz wichtig. Ja, auf jeden Fall. Nein, es ist wirklich, also wenn man ein Kind beim Lernen begleitet, ich habe wirklich das versucht, so leicht und easy zu schreiben, dass man danach sagt, okay, ich weiß jetzt irgendwie besser, wie ich das machen kann. Das ist dir zu 100 Prozent gelungen. Du hast mir das Buch zugeschickt und ich mache das ja ganz oft, dann kriege ich ein Buch zugeschickt und dann fange ich an, so zu lesen und zugegebenermaßen passiert es in den allermeisten Fällen, dass ich nach einer Weile sage, ach, hm. Buchstabel. Buchstabel, genau. Und gar nicht böse gemeint, sondern weil es mich jetzt gerade auch manchmal berühren an die Sachen, auch gerade in dem Moment gar nicht. Also so. Und natürlich kam das Buch genau richtig bei uns, Thema Hausaufgaben und da stehen wirklich so viele coole Sachen drin, die wir auch zu Hause versuchen. Und dann auch diese eigenen Sachen, die man so noch kennt, von der eigenen Hausaufgabensituation wegzulegen. und da ist das total super. Du gibst eine gute Anleitung, ohne eine Belehrung abzuliefern und du hast einen guten Ton dabei. Und deswegen, ich habe das einmal durchgelesen und dann ganz viele Sachen angestrichen und das ist etwas, was man sich so direkt, sofort wie mitnehmen kann. Also cooles Buch. Danke. Richtig cooles Buch. Eine letzte Frage, die große Plakatwandfrage. Du darfst entscheiden, was auf einer Plakatwand am Alexanderplatz für alle zu lesen sein wird. Okay. Was schreibst du drauf? Da hätte man wirklich wissen können, dass ich das gefragt werde, weil ich ja deinen Podcast schon oft gehört habe. Habe ich mich nicht drauf vorbereitet? Okay. Wir nehmen einfach mein Buch. Alles ist schwer, bevor es leicht ist. Ich finde das wirklich, wenn man den Satz bei sich trägt, im Herzen, das bringt richtig weit. Vielen Dank. Den nehmen wir auf jeden Fall. Ganz, ganz herzlichen Empfehlung für deinen Besuch. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Danke dir. Das war Carolin von St. Orange. Vielen herzlichen Dank fürs Zuschauen und auch Zuhören. Was mir aufgefallen ist, wie sich ihre Stimmlage verändert hat, als wir miteinander gesprochen haben oder während wir miteinander gesprochen haben. Wenn es um das Thema Lernen ging, dann hatte sie eine sehr ruhige Art zu sprechen und sobald es aktivistischer wurde, habe ich richtig gemerkt, wie aktivistisch sie auch unterwegs ist. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich habe in dieser Folge sehr viel mitgenommen. Genauso auch in ihrem Buch. Das kann ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr schulpflichtige Kinder zu Hause habt. Ich habe mir ganz, ganz viele Sachen angekreuzt. Eselsohren sind hier drin. Gerade wenn es um das Thema Hausaufgaben geht, habe ich hier ganz, ganz viel mitgenommen. Ich packe den Link zum Buch, zu ihrem Instagram-Kanal natürlich auch in die Shownotes. Auch alle anderen Links findet ihr da. Ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken bei Lena Rocholl für die redaktionelle Unterstützung, bei Lukas Hambach für den Mix und den Schnitt und bei Jan Köppen und Andi Finz für die Musik. Und wenn ihr Lust habt, noch eine weitere Folge zu sehen oder zu hören, dann möchte ich euch die Folge mit der Autorin Mariana Lecky empfehlen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und eine gute Nacht. Ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen oder wiederhören. Bis dann. Tschüss, euer Matze.